Na ihr Süßmäuse, wir machen jetzt einen Talk. Und zwar über die Klimakrise. Wetzold ist auch schon da. Ist schon im Discord. Kameraschein zu funktionieren. Das heißt, wir können gleich direkt rein starten in den Talk. Kommt das auf YouTube? Ich hab den Anfang verpasst. Ich denke schon, dass es auf YouTube kommt. Ja, ja. So, hallo Wetzold. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Sehr gut. Gut, wir sind aber noch nicht online, oder? Doch, doch, wir sind online. Wir sind online, okay. Ja. Das wird hier alles, wie sagt man, on the fly oder wie? On the fly. In Echtzeit, also ohne Schnitt und was weiß ich. Na gut, das ist Twitch, das ist vielleicht ein bisschen eine andere Kultur. Ja, ja. Bist ja auch immer ziemlich lang unterwegs. Also das ist sozusagen irgendwie so drei, vier Stunden, wie du das Geschichten machst, oder? Ja, so vier Stunden ist so Schnitt. Ungefähr. Ja, das ist natürlich schon auch nochmal eine Ansage. Da kann man natürlich nicht alles, ich meine, das, ich bin ja mehr auf YouTube unterwegs und, ähm, ja, da mache ich das natürlich nicht so. Okay, dann, ähm, da muss ich jetzt nochmal hier, irgendwie spinnt meine Fensteraufnahme, so. Äh, ich bin ja gerade auch noch so ein bisschen am rumschummeln. Ja, ja, lass dir Zeit so, dass das hier alles, dass das hier alles passt. Kannst du was über mich erzählen oder so, dass wenn, wenn deine, dein Publikum mich noch nicht kennt, da kann ich ja noch, oder willst du das machen? Ähm, nee, am besten erzählst du was über dich, weil so gut kenne ich dich jetzt wirklich auch nicht, ne? Also. Ja, was, was weißt du denn von mir? Ähm, also gar nicht viel. Ich habe, weiß nur, äh, dass du wohl Physiker bist. Ich weiß aber nicht, in welcher Disziplin. Ja, ja. Also, was für ein Fachbereich, weiß ich nicht. Und, ähm, genau, dann habe ich eigentlich nicht viel von dir gesehen. Ich habe ein bisschen ein paar Videos durchgeskippt und so. Habe gesehen, dass du vor langer Zeit mal mit Polytopia geredet hast. Und der Talk hieß, ein Rechter gegen einen Liegen. Richtig, genau, zwei, 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 das ist zweimal, habe ich mit ihm gesprochen. Aber das ist dein, das ist dein Titel gewesen, meiner war das nicht. Du warst sozusagen der Rechter, aber du hast dann gesagt, du bist radikale Mitte, irgendwie sowas. Ja, genau, genau, genau. Genau, genau, also das, er wollte das unbedingt so, aber meine Güte ist ja, wenn er den Titel wählt, dann wählt er den so. Ich meine... Also, du siehst dich selbst nicht als Rechten. Nee, radikale Mitte ist ja was, was nochmal ganz eigenes. Ich habe im Hinterweil auch ein Buch zugeschrieben, ne, ein Manifest und, ähm... Ah ja. Aber es ist ja, ich meine, das Thema ist jetzt nicht radikale Mitte heute, ne, deswegen, weil es halt ein Riesenfass auch ist, was man aufmachen könnte. Es ist, äh, ja, ich will mal sagen, so eine politische Ideologie, schrägstrich Meta-Ideologie. Also es ist erstmal der Versuch, eine politische Ideologie für die Mitte zu definieren, aber es, was dabei rauskommt, ist, dass es fast so ein bisschen so eine Art Meta-Ideologie auch ist. Also es geht auch vor allem für mich darum, was gegen die Polarisierung zu tun, ähm, und, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich glaube, dass tatsächlich sowas wie die politische Mitte wichtiger denn je ist, weil wir im Zeitalter der Polarisierung leben. Und, ähm, deswegen habe ich das, also ich hatte, ich habe auch immer darum gerungen, wo ich mich selbst definiere politisch, ne, und ich habe da, und im Grunde genommen ist das so in meinem Kanal auch entstanden, ja, in den Videos, weil ich immer wieder da versucht habe, mich selbst irgendwo zu verorten. Und, ähm, da ist es über die Jahre so entstanden, dass ich gesagt habe, ja, ich bin, ich bin politische Mitte, das heißt erstmal Konservatismus, Liberalismus, Linksprogressivismus sehe ich als drei Sichtweisen, drei Perspektiven, drei Sinneswahrnehmungen sozusagen an. Das politische Mitte und radikal heißt einfach, auf kritische Distanz zur politischen Klasse zu gehen, im Grunde genommen, ja, also das ist, das ist erstmal meine politische Selbst, meine Standortbestimmung, ja. Ähm, was ich, weswegen ich sage, dass ich, weswegen ich mich nicht als rechts verstehen würde, ist, dass ich halt auch sage, wie, wir müssen auf die Sozioökonomie schauen, auf die wirtschaftlichen Globalzusammenhänge und da auch Kritik üben und das ist das, was die Rechten häufig oder meistens eigentlich nicht machen. Also am Kapitalismus Kritik üben, oder? Ja, ja, also ich unterscheide zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus, das ist nochmal eine Differenzierung, die ich mache, weil so eine pauschale Ablehnung von marktwirtschaftlichen Prinzipien, da bin ich nicht dabei, ja. Ähm, aber ich glaube, dass wir Fehlentwicklungen haben, dafür habe ich eben diese Begriffsunterscheidung, Marktwirtschaft und Kapitalismus gemacht, ja. Also gesinkt bin ich auch Kapitalismuskritiker, aber wahrscheinlich anders, als das die meisten Linken verstehen. Okay, und, ähm, dein, wie lange, also erstmal, stimmt das, dass du Physiker bist? Ich bin Physiker, ja. Okay, was für ein Fachbereich, magst du das sagen? Ja, kann ich sagen, also ich habe, ich bin ja so ein bisschen, also, äh, so ein Crossover-Denker, um es mal so auszudrücken. Ich habe ja Physik studiert, habe dabei in Mathematik promoviert, aber in einem, in einem Teilbereich der mathematischen Physik, kann man sagen. Also, es war schon so an der Grenze zwischen Physik und Mathematik, aber ich habe dann am Mathematischen Institut auch gearbeitet. So gesehen bin ich, habe ich einen Doktor in Mathematik, ne, und ich habe dann noch eine Zweitpromotion auch in Philosophie gemacht. Also ich habe, bin doppelt Doktor sozusagen, ne. Ah ja, okay, also Philosophie, da sind wir ja dann quasi Kollegen. Genau, genau, habe ich noch gedacht, na ja, also ich habe mir so gedacht, aus der, ich weiß nicht, ob du dich selbst in der Woken Bubble verorten würdest, ähm, aber ich habe mir gedacht, du hast ja auch einen philosophischen Hintergrund, da ist, scheinst du mir ein vernünftiger Kandidat zu sein, mit dem man mal reden kann. Also Vogue hat für mich, Vogue bedeutet für mich, ist ein Inhaltslehrer-Kampfbegriff, äh, also, ich bin in der linken Bubble, ne, also, das, meistens, wenn Leute von Vogue reden, meinen sie Linke, ne. Ja, gut, ich habe dafür einen eigenen Begriff, ich mag den Begriff auch nicht besonders, weil er, naja, es ist durchweg ein polemischer Begriff, ja, also deswegen, äh, egal, ob man jetzt, äh, sich als Vogue bezeichnet, dann hat er ja sowas, äh, Gnostisches, ja, wie sind die Erweckten sozusagen, also, das ist ja nicht besonders sympathisch, ne, und die anderen sind die, die anderen sind die dummen Dullis, ja, das ist das eine, und wenn man es dann als Kampfbegriff gegen die Voken benutzt, ist es natürlich auch polemisch, also, da meint man es natürlich nur ironisch, so gesehen ist es sowieso ein ziemlich verdorben, der Begriff, ich benutze da als, äh, Begriff der Kritik vulgär-Sozialismus, aber das habe ich auch eigens entwickelt in meinem Manifest, aber nur müssen wir jetzt nicht genau drüber reden, aber das ist für mich auch ein, ein Begriff der Kritik, und, aber heute soll es ja um was anderes gehen, ne. Ja, ja, also, nur, also, das bedeutet im Prinzip nicht, äh, erwacht, sondern eigentlich im ursprünglichen Sinne 1930 ist der Begriff ja entstanden in der Bürgerrechtsbewegung in, äh, schwarzen Amerika und eigentlich bedeutet das wachsam sein, ne, also wachsam gegen Rassismus, Ausgrenzung, aber diese Wortbedeutung ist ja vollkommen verloren gegangen, es ist, also, ich kenne niemanden, der sich selbst bezeichnet als Vogue bezeichnet, weil es halt einfach nur noch ein Kampfbegriff aus der rechtsextremen Szene ist, und, aber ja. Ja, das stimmt nicht, also, ich habe das auch schon in Selbstbezeichnung gehört, das Wort begriffen. Ja, okay, ich nicht, aber, ja, kann natürlich sein. Ich muss auch vielleicht mal nach Berlin-Mitte gehen, aber das, äh, ich habe das schon gehört. Ja, das kann natürlich sein, es gibt wahrscheinlich irgendwo Leute, ja, ja. Ja, ich gehöre nicht dazu, und die, die, die Bubble, in der ich unterwegs bin, die gehören auch alle nicht dazu, also wir machen das manchmal so ironisch, ne, dass wir uns dann so als Vogueisten bezeichnen und so, aber es ist halt einfach nur darüber lustig machen, weil es meistens halt einfach nur Leute sind, die irgendwas gegen Linke sagen wollen, aber etwas gegen Linke Positionen zu sagen in unserer Gesellschaft ist eben schwierig, weil man dann eben schnell gesagt wird, ja, du sagst was gegen Linke, also bist du wohl rechts, ne, so, weil Leute halt immer in so einem Fußballspieldenken drin sind, und, äh, deswegen benutzen die dann statt Linke, sagen sie dann Vogue, ne, wenn sie was dagegen sagen wollen. Ja, gut, aber es gibt schon Entwicklungen so der letzten 10, 15 Jahren, die schon irgendwie spezifisch sind und die man auch benennen kann, ja. Ich meine, war es, Aarer Warnknecht hat das irgendwie Cappuccino-Sozialisten oder so genannt, ich weiß es nicht. Ja, ist eine andere Debatte, ne, ja. Ja, genau. Gut, darum soll es halt nicht gehen, da können wir uns auch mal zusammensetzen, wenn, 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 wenn dir das Gespräch heute getaugt hat, dann kann ich gerne auch dazu. Ich bin auch Wokismus-Forscher, wir können auch mal über Wokismus reden, ich bin, ich will auch wissen, was Wokismus ist. Mit dem Bartonex-Schämmern. Ich weiß bisher noch nicht genau, was es ist. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden. Wobei ich mir, ich glaube, in der letzten Woche, ich glaube, ich habe den Code geknackt vom Wokismus. Ich glaube, ich habe ihn geknackt. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, vor, vor zwei Wochen oder so. Ja, das habe ich nicht gesehen. Zehn Dübel des, Ich habe, der Woken ist so, habe ich es, glaube ich, genannt. Naja, es muss ja geklickt werden, aber habe ich gleich, habe ich gleich eine Sprachregelung am Anfang getroffen. Aber da, da ist meine Kritik so ein bisschen kondensiert und da wird, also wenn es klappt, werde ich mich mit dem Stefan die Woche zusammensetzen und mache mal ein Video zu. Also wir haben es grob schon ausgemacht, was wir das machen und dann, da geht es dann aber um genau das. Ah ja, 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 also wie gesagt, können wir auch mal drüber reden, aber heute soll es ja um die Klimakrise gehen. Immer, genau. Du, wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Thema? Also es ist so, ich habe ja mich immer mal wieder mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, aber ich war so ein bisschen scheu, weil ich als Physiker da mich in der Pflicht sehe, mich intensiver mit zu beschäftigen, wenn ich mich dazu äußere. Das heißt, ich habe mich in meinen ersten Videos hier auf meinem Kanal, habe ich mich relativ vorsichtig und zurückhaltend geäußert. Und dann habe ich mich aber mal intensiver damit beschäftigt, habe mir auch ein Klimatologiebuch, Lehrbuch gekauft, habe das durchgearbeitet und habe auf, ich will mal sagen, auf einer juristischen Ebene mich mit dem Thema beschäftigt. Also ich meine, natürlich bin ich kein Klimatologe, ich arbeite da nicht Vollzeit auf dem Thema, aber ich habe es, glaube ich, trotzdem wesentlich intensiver geprüft und mich damit auseinandergesetzt als 99 Prozent der Journalisten. Behaupte ich einfach mal und ich bin eigentlich zum relativ verheerenden Ergebnissen gekommen, um es mal so auszudrücken. Das heißt, ich glaube, da ist nicht viel dran. Okay. Ja, also. Also es gibt verschiedene Ebenen, wo wir jetzt darüber sprechen können. Also es gibt jetzt eine physikalische Ebene. Es gibt aber sozusagen auch eine argumentative Ebene, wo ich sage, gehen wir mal davon aus, der IPCC-Bericht, vor allem auch die Summary für Policymaker, ist absolut konflikt. Direkt auf der Ebene kann ich auch argumentieren. Also da kann ich auch sagen, selbst unter den Gesichtspunkten halte ich die Klimapolitik von Deutschland für verfehlt. Vielleicht steigen wir mal damit ein, weil das ist sozusagen, da müssen wir nicht gleich in die Skeptiker-Richtung uns bewegen, sondern da sagen wir, okay, gehen wir mal davon aus, das stimmt alles, so wie das gesagt wird vom IPCC. Okay, aber vorher wollte ich noch kurz sagen, also ich bin kein Physiker. Ich bin, habe zwar auch einen akademischen Hintergrund, aber keinen naturwissenschaftlichen, beschäftige mich. Philosophie und Englisch, soweit ich weiß, bist du Lehrer, ne? Richtig, ich habe auch mal vier Semester Physik studiert, aber ja, also und bin seit zehn Jahren aktivistisch unterwegs im Klimabereich und habe mich deswegen natürlich, weil ich auch viele Diskussionen zum Thema schon geführt habe, da auch sehr stark eingelesen. Und genau, also IPCC-Bericht durch zumindest die, den Synthesebericht, den Kurzbericht, die habe ich mir immer durchgelesen und so. Ja. Ja. Okay, das heißt, aber im Grunde genommen, gut, wir sind beide keine Hardcore-Klimatologen, aber wir haben sozusagen vergleichsweise ähnlichen Stand sozusagen. Ja, also du hast vielleicht noch die naturwissenschaftliche Arbeitsweise besser drin wahrscheinlich, aber ja, so was Studien angeht, bin ich, glaube ich, auch besser ausgerüstet als, wie du sagtest, 99 Prozent der Journalisten. Ja, okay, na, das ist ja schön, das heißt, wir müssen ja nicht im Urschleim anfangen. Okay, gut, also ich möchte erstmal, das ist jetzt ein rein politisches Argument, wo ich einfach sage, also wirklich, das ist jetzt speziell bezogen auf die Klimapolitik in Deutschland, ne? Ja, da sage ich, der CO2-Fußausbruch, also wir sind sowieso eigentlich schon international gesehen die Klimastreber, ja? Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wie sehr sozusagen Deutschland seinen CO2-Fußausbruch reduziert hat, ist aktuell, ist es so, dass wir etwa den gleichen haben wie China pro Person, so ungefähr? Ja, ne, ich habe, also das ist schon relativ klar. Also es ist, China steigt und Deutschland sinkt, also ich komme immer darauf an, welche Zahl man genau anschaut, es gibt da unterschiedliche Maße, das eine ist pro Person, also pro, also ich meine natürlich absolut ist China der größte Emittent. Aber ich würde erstmal bestreiten, dass wir die Streber sind, weil wenn man sich die 27 EU-Staaten anguckt, dann ist Deutschland nur leicht unter dem Durchschnitt. Also wir sind leicht besser als der Durchschnitt. In den EU-Ländern. Gut, aber man muss ja auch immer, man kann ja auch nicht alles über einen Kamm scheren, man muss auch immer schauen, wie nördlich ist ein Land gelegen, dass natürlich ein nördlicher gelegenes Land mehr heizen muss, ist ja klar, als jetzt was weiß ich, Portugal, ne? Ja, aber die beispielsweise in Norwegen, Dänemark und so weiter, die haben schon zum Großteil auf Wärmepumpen umgestellt. Und Deutschland liegt bei drei Prozent Wärmepumpen. Ja, also Norwegen hat natürlich ganz andere Möglichkeiten durch die Wasserkraft, die man dort einfach machen kann. Ja, aber die heizen mit Wärmepumpen in Norwegen. Ja gut, aber die haben eben billigen Strom durch die Wasserkraft, deswegen ist das natürlich... Naja, den sie auch nach Deutschland exportieren, ne? Ja, also Norwegen kann das natürlich leichter darstellen, die haben natürlich auch eine, die haben, wenn man sozusagen das Verhältnis Einwohner zu natürlichen Ressourcen belangt, sind die einfach... Ja, also ich will nur sagen, also Streber ist ein bisschen übertrieben, weil wir sind halt wirklich einfach nur Durchschnitt für EU-Verhältnisse. Ja, aber wenn, ja, okay, aber jetzt wirklich, das ist jetzt, dann sage ich eben, das Europa-Streber ist verglichen mit China und USA, ne? Auch das würde ich bestreiten. Also USA? Die haben ja 50 Prozent höheren CO2-Fußabdruck, soweit ich weiß, pro Person. Ja, ja, aber die sind ja auch stark am Reduzieren, ne? Also in den USA geht ja auch... Ja, aber die sind schon, also das ist schon noch mal, ich meine, alleine der Lebensstil in den USA, also Energie sparen, Autofahren und so weiter, also die sind ja schon doch deutlich weg. Ja, ja, aber die haben jetzt diesen Inflation Reduction Act gestartet mit über 700 Milliarden Volumen für, damit möchten sie Subventionen leisten für, also allein die Solarindustrie wird aus diesem Topf mit fast 50 Milliarden Dollar gefördert. Und die ziehen gerade massiv, jetzt zum Beispiel Mayer Burger ist jetzt einer der letzten Solarproduzenten, die in Deutschland noch ansässig waren, die haben jetzt zugemacht, 400 Arbeitsplätze weg, die gehen jetzt in die USA. Und so immer mehr, immer mehr Zukunftstechnologie wandert aus Deutschland ab in die USA, weil dort eben die Erneuerbaren stark gefördert werden. Und das sieht man eben auch in den Zahlen, also in den USA steigt der Anteil erneuerbaren Energien stark an und die, also auch in der Produktion und dem Export und an der gesamten Wirtschaftsleistung. Und gleichzeitig sinkt, sinkt der Anteil der Kohle extrem, also das geht richtig runter in den USA. Während wir hier halt wirklich mit unserer sehr wirtschaftsliberalen FDP-Politik, die ein Unternehmen mit erneuerbaren Energien halt vergaulen. Und auch China, also China baut massiv, hier sieht man das, so ich habe es kurz mal eingeblendet. Ja gut, dass China das ausbaut, ist ja klar, die haben einfach so einen gigantischen Energiebedarf, die müssen sozusagen alles ausbauen, was sie haben. Aber sie bauen ja nicht nur die Erneuerbaren aus, sie bauen ja auch Kohlekraftwerke aus. Ja, 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 das mit den Kohlekraftwerken hat aber eine besondere Bewandtnis. Also hier sieht man erstmal die Onshore Wind und die Solar-PV-Ausbauraten. Und da sieht man, dass China, der rechte Balken ist 2024, der mittlere ist 2023 und der linke, der rote Balken bei Solar-PV ist dann 2022. Hier sieht man, dass China die Europäische Union und die Vereinigten Staaten und eigentlich alle anderen Länder der Welt stark in den Schatten stellt, was das Ganze angeht. China ist beliefert den europäischen Markt mit über 90 Prozent der in Europa verbauten PV-Panelen, kommt aus China. China ist Weltmarktführer sowohl bei Elektromobilität als auch bei PV als auch bei Windkraft. Die bauen mittlerweile riesige Windräder, die, das können wir uns hier gar nicht vorstellen, die, unfassbar, die haben teilweise die 15-fache Leistung wie Windräder, die wir hier in den 2000er Jahren aufgebaut haben. Und ja, also das ist China. Also China ist, und das mit den Kohlekraftwerken war eben planwirtschaftliche Entscheidung, dass man gesagt hat, jedes Bundesland sozusagen in China, was ein Kohlekraftwerk baut, kriegt es subventioniert. Und dann haben diese ganzen Bundesländer, also ich weiß nicht, wie nennt sich das da, Kanton oder ich weiß nicht, die haben dann alle Kohlekraftwerke gebaut und haben diese Subventionsgelder abgegriffen. Aber diese Kohlekraftwerke, die meisten davon werden gar nicht gebraucht. Also die laufen auf sehr niedriger Last und einige davon werden auch schon wieder rückgebaut. Also das war einfach eine zentralpolitische Fehlentscheidung gewesen. Daher kommen diese hohen Zahlen an Kohlekraftwerken. Aber ein Kohlekraftwerk per se ist ja erstmal nur dann schlimm, wenn es auch läuft. Und die meisten davon laufen eben nicht. Gut, aber was der CO2-Fußabdruck anbelangt, nimmt er schon zu, auch von China. Ja, ja, ja. Das ist also schon so, dass die da eigentlich Deutschland... Die kommen aber auch aus einem sehr niedrigen Niveau, ne? Ja, das ist schon klar, aber mittlerweile sind die schon auf deutschem Niveau eigentlich angeht. Ja, ich glaube so bei sieben Tonnen und wir sind in Deutschland so bei zehn. Also die letzten Zahlen, die ich gesehen habe. Ich hatte da mal ein Video zu gemacht und da war das ziemlich vergleichbar. Also ich weiß jetzt nicht, es war wirklich so, dass es eigentlich mehr oder weniger gleich war, ne? Das sind keine extremen Unterschiede mehr, ne? Es sind halt auch sehr viele Chinesen. Also ich sehe da halt... Also was ich halt sehe, ist, dass China und die USA, glaube ich, nicht so radikale Maßnahmen ergreifen werden, wie wir das in Deutschland machen. Und deswegen sehe ich einfach, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit dran geben, ja? Also hier sieht man, weiß nicht, wie du das erkennen kannst, dass die USA, das Schwarze ist die Kohle in den USA. Und da sieht man, dass die seit 2005 rapide nach unten geht, der Anteil an Energiegeneration, also die Energieerzeugung in den USA. Ja, und die Renewables, die gehen halt schon ganz gut nach oben, ne? Ja, aber wie gesagt, sie haben immer noch etwa... Und hier sieht man den weltweiten Zubau an neuen Energiekapazitäten. Kann ich das hier größer machen? 2022 wurden weltweit gesehen 74% der zugebauten neuen Energieversorgung erneuerbar zugebaut. Also Wind und Solar, 74%. Also wir sind da jetzt nicht irgendwie Streber oder so, sondern das ist... Die Welt hat das verstanden und es wird weltweit umgesetzt. Übrigens hier, das ist die Kernkraft, ne? Hier das kleine bisschen da. Das rote da. Ja, ich meine, man hat sicherlich auch viele Regionen, wo das absolut sinnvoll ist. Also ich meine, überall, wo man eben sehr viel Sonne hat, ist natürlich Solarenergie eine total vernünftige Angelegenheit. Ja, aber ich bin ja nicht prinzipiell ein Feind von erneuerbaren Energien. So ist das ja nicht. Ich sage halt nur, dieses Argument, wir sind die Streber und wir sind die einzigen, die das machen, ist offensichtlich falsch, weil es weltweit getan wird. Ja, warum haben wir dann so exorbitant hohe Energiekosten im internationalen Vergleich? Warum sehen wir das mittlerweile als eine Standortgefährdung hier in Deutschland? Also die Börsenpreise für Strom und Gas sind sehr, sehr niedrig in Deutschland. Wir hatten allerdings den Preisschock durch den Ukraine-Krieg. Aber mittlerweile sind die Börsenpreise unter dem Niveau vom Kriegsausbruch. Und diese Börsenpreise, die schlagen sich jetzt auch schon in den Verbraucherpreisen nieder. Das heißt, Neuverträge sind sehr günstig und die werden jetzt auch immer günstiger werden. Also Energie in Deutschland ist im Moment wirklich relativ günstig. Glaube ich aber nur, dass das mal auch in der Stromrechnung ankommt. Ja, also ich kann mal kurz hier. Hier sieht man das ganz gut. Kann ich mir sehr empfehlen, die Seite Zeit-Energie-Monitor. Da sieht man immer alle möglichen Metriken. Hier sieht man jetzt zum Beispiel den Gaspreis. Hier ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen. So, hier ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Dann gab es den Preisschock vom Gas. Und mittlerweile sind wir in Deutschland auf einem Niveau von 59 Prozent des Preisniveaus vom Ukraine-Krieg-Ausbruch. 59 Prozent. Strom ist hier das Grüne. Es gab es auch hier den Preisschock. Und da sind wir jetzt auf einem Niveau von 70 Prozent des Niveaus hier vom Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Also Energie ist, die Energiepreise sind jetzt nicht das große Problem, gerade für uns. Okay, und was sagst du dann zu den Hiobs-Botschaften, die es ja auch gibt über die Startortprobleme, die Deutschland hat, was Energiekosten anbelangt? Ja, das kommt hauptsächlich durch verschiedene Investitionshemmnisse, die in Deutschland künstlich aufgebaut werden. Und durch diese Investitionshemmnisse haben wir das Problem, dass der Standort Deutschland immer unattraktiver wird, weil die Infrastruktur verfällt. Also wir hatten jetzt schon wieder 2023 negative Netto-Investitionen in deutsche Infrastruktur. Das heißt, es gab mehr Wertverfall, als neu aufgebaut wurde. Und wir haben eine Schuldenbremse, die uns daran hindert, die notwendigen Industrien, die wir eben brauchen, um zukunftsfähig zu sein, ins Land zu holen. Weil wir in einem weltweiten Subventionskrieg stehen, ob uns das gefällt oder nicht. Ob die FDP das jetzt cool findet oder nicht. Aber es ist nun mal so, dass China und die USA sich gegenseitig in Subventionen für erneuerbare Energien überbieten. Und in Deutschland wandern die alle ab. Keiner möchte nach Deutschland kommen. Die Lohnstückkosten in Deutschland sind zwar niedrig, aber es gibt eben hier auch in vielen Teilen Deutschlands nicht die Attraktivität im Sinne von, dass genug erneuerbarer Strom zur Verfügung steht, dass die Netze gut genug ausgebaut sind. Und auch haben wir in Deutschland das Problem, dass wir immer weniger, ein immer geringeres Bildungsniveau haben, weil wir auch einen riesigen Investitionsstau ins Bildungssystem haben. Das sind halt alles so Faktoren, die dazu führen, dass der Standort Deutschland immer unattraktiver wird. Deutsche Unternehmen haben mittlerweile 20 Prozent der Wirtschaftsleistung als Ersparnisse. Also wo sie einfach Geld rumliegen haben, das sind ungefähr 800 Milliarden Euro, die sie einfach rumliegen haben. Die sie nicht investieren aufgrund des schlechten Investitionsklimas. Weil in Deutschland auch die Menschen einfach immer weniger Geld in der Tasche haben. Das heißt, ein Unternehmen in Deutschland überlegt sich ja, wenn ich jetzt hier investiere und mehr produziere, kriege ich das auch verkauft. Also wenn wir über Binnenwirtschaft reden, nicht über Exportwirtschaft. Exportwirtschaft läuft Bombe in Deutschland, immer noch. Aber die Binnenwirtschaft ist komplett am Boden. Weil die Deutschen immer weniger in der Tasche haben, immer weniger Geld in der Tasche haben. Weil es immer mehr Kürzungen gibt, weil immer mehr Sparpolitik gemacht wird. Das sind die Probleme, warum in Deutschland die Wirtschaft so lahmt. Ja gut, die Frage ist natürlich, ob die das, was Italien macht, sozusagen die Staatsverschuldigung um 8 Prozent hochzuschrauben, um 3 Prozent Wachstum darzustellen. Ob das die Lösung ist, ist dann wieder eine andere Frage. Aber da würde man jetzt in Richtung Finanzsystem und so weiter gehen. Das ist eine ganz andere Diskussion. Was ich nur noch anmerken wollte, was zur Solarindustrie, soweit ich weiß, hat da aber auch eine falsche Förderpolitik, die erheblich auch mit zugrunde gerichtet. Sie war ja mal relativ stark, auch so vor 20 Jahren in Deutschland. Wir waren Weltmarktführer. Und allerdings dadurch, dass man die Produktion subventioniert hat, hat man im Grunde genommen sie auch zugrunde gerichtet, weil sie dadurch an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Nein, nein, das Gegenteil ist der Fall. Man hat sie subventioniert und dann hat man sie zusammengekürzt. Also dann hat man die Einspeisevergütung, gerade bei PV, also jetzt PV, da sind fast 200.000 Industriearbeitsplätze verloren gegangen in Deutschland. Man hat die Einspeisevergütung für Leute, die sich PV-Anlagen aufs Dach bauen, hat man drastisch reduziert. Also das ist ja eine Subvention, letzten Endes. Die hat man drastisch reduziert. Dadurch war es viel unattraktiver, sich PV-Anlagen zu kaufen. Und es hat sich wirtschaftlich einfach überhaupt nicht mehr gerechnet, weil damals waren die Dinger eben noch viel teurer als heutzutage. Heutzutage sind die ja billig als Fuck, aber damals waren die wirklich teuer. Und dann hat, ohne diese Einspeisevergütung, hat es sich überhaupt nicht mehr gelohnt, die Dinger zu kaufen. Und dann ist der komplette deutsche, und das hat die CDU gemacht, und dann ist der komplette deutsche Solarmarkt eingebrochen. Ja, aber soweit ich weiß, war auch ein Problem, dass man die Produktion subventioniert hatte, was problematisch ist, weil man dann im Grunde genommen einen Effizienz nach... Man hat einen deutschen Sondermarkt geschafft durch die Art, wie man subventioniert hat, und der ist dann zusammengebrochen. Ja, als man die Subvention gestrichen hat, ja, das ist dann zusammengebrochen. Ja, aber eben, was auch problematisch ist, wenn man eben die Produktion subventioniert, weil das immer Marktverzerrung eigentlich ist. Das heißt, es war dann noch eine Produktion, die deutsche PV-Industrie nicht mehr wettbewerbsfähig hat. Also Meyer Burger hat es ganz klar gesagt, also wie gesagt, das ist ja jetzt gerade, letzten Monat haben die das Werk zugemacht mit 400 Mitarbeitern, einer der letzten deutschen PV-Hersteller. Also eigentlich kein deutsches Unternehmen, aber es ist halt in Deutschland mehrere Fabriken. Und die haben halt gesagt, ja, die Subventionen in Deutschland sind einfach nicht wettbewerbsfähig, sie sind einfach zu wenig. Also wenn wir uns angucken, was die USA uns zahlen, was China zahlt, und Subventionen bedeutet natürlich, also wenn jetzt ein chinesisches Unternehmen, das PV-Paneele herstellt, vom Staat massiv subventioniert wird, dann können die die Paneele hier in Deutschland zu 30% geringeren Preisen anbieten. So, dann hat man gesagt, okay, die PV-Industrie in Europa hat aufgeschrien und hat gesagt, wir können nicht mehr konkurrieren mit den Chinesen, sie sind zu billig. Sie sind einfach 30% billiger als wir. Wir brauchen mehr Subventionen. Dann wollte man hingehen in Deutschland und hat gesagt, okay, dann machen wir diesen Resilienzbonus. Also für europäische PV-Unternehmen sagen wir, wenn ihr euch Paneele kauft von europäischen PV-Unternehmen, dann kriegt ihr eine höhere Einspeisevergütung. Das heißt, ihr könnt wählen als Kunde, möchte ich günstige Paneele aus China und da sparen, oder möchte ich teure Paneele aus Europa und dann über 20, Jahre, eventuell sogar mehr sparen durch die höheren Einspeisevergütung, hat die FDP leider gecancelt. Also die FDP hat gesagt, machen wir nicht und dann hat Mayer-Bohrer gesagt, okay, dann gehen wir, dann sind wir weg. Die Frage ist aber, warum man überhaupt hochsubventionierte China-Paneele reinlässt in den Markt? Ja, die USA, die haben Embargo gemacht. Also China kann nicht mehr noch in die USA importieren. Ja, also gut, das ist sowieso ein ganz großes, sehe ich auch ein grundsätzliches Problem, dass also von China und USA natürlich massiv Industriepolitik gemacht wird in der Größenordnung, wie es in Europa nicht geschieht wurde, wo der Mut ein bisschen fehlt. Also da würde ich dir sogar teilweise recht geben. Ich habe allerdings da vor allem den Fokus auch auf die ganze Digitalindustrie, wo ich sehe, dass da einfach Europa abgehängt wird, wo man einfach dagegen halten müsste. Ja, absolut. Europäische Digitalkonzerne, ja, von einer ähnlichen Qualität wie es aus USA oder China gibt. Und wenn man ehrlich ist, sind die alle durch Industriepolitik entstanden im Grunde genommen. Das muss man einfach sagen. Die kommen durch Subventionen. Intel zum Beispiel ist gekommen durch Subventionen. Naja, also das ganze Silicon Valley ist ein Wurmfortsatz der US-Rüstungsindustrie. Ja, das wissen wir. Da waren die, also die Technik hat sich da ursprünglich angesiedelt, weil sie nah beim Pazifikkrieg sein wollte. Deswegen ist so viel Rüstungsindustrie in Kalifornien. Ja. Und als Wurmfortsatz dessen hat sich dann dort die digitale Industrie entwickelt. Also die, die sozusagen keinen Bock hatten, irgendwie Waffen zu entwickeln, haben dann halt Computerkonsolen entwickelt, um es mal so auszudrücken, ja. Und so ist eigentlich Silicon Valley entstanden. Aber der Nukleus, an dem das alles sich gebildet hat, ist die Rüstungsindustrie gewesen. Ja, aber TSMC und Intel und so weiter, also die großen Chip-Hersteller, die sich jetzt hier in Deutschland angesiedelt haben, die sind nur gekommen, weil wir die subventioniert haben. Ja, also das ist... Ja, ich sehe das so ein bisschen zwiespältig. Viel besser wäre es auch irgendwie autochtone Konzerne, die da auch Sitz in Europa haben, zu haben, ja. Und sich dann damit viel Geld da irgendwelche Amis reinzuholen, ja. Das ist auch fragwürdig, weil natürlich im Zweifelsfalle dann eher amerikanische Interessen dann europäische vertreten. Ja gut, aber dann, ne, dann müssen wir die eben fördern. Das wollen wir nicht. Ja. Weil wir haben halt einen globalisierten Markt, ist halt so. Und da haben wir einen Subventionskrieg und Europa pennt, ne. Und deswegen gehen hier die Betriebe kaputt und die Industrien kaputt. China und USA geben richtig Gas. Also USA hat auch massiv Schulden aufgenommen, ne. Und die geben richtig Gas. Und da wächst die Wirtschaft und alles bubt. Und die ganze Industrie siedelt sich da an. Und wir machen hier Sparpolitik und pennen und bei uns geht alles kaputt. Ja, das ist so. Ja, aber mir kommt das Ganze, die ganze Weltsituation so ein bisschen vor wie in den 30er Jahren, ja. Also ob das insgesamt eine gesunde Entwicklung ist, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, ja. Also im Grunde genommen. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, mir kommt mitunter der Green New Deal ähnlich vor wie der alte New Deal. Und das sind aber im Grunde genommen, wie soll ich sagen, also der Zustand des Kapitalismus ist so problematisch überschuldet. Und das hat sich vor 100 Jahren durch zwei Weltkriege gelöst, diese Krise. Hässlich und unschön, ja. Und wir sind aber in einem ähnlichen Zustand wieder, ja. Und man sieht das im Grunde genommen an diesen Verwerfungen sieht man das im Grunde genommen. Ja, aber guck mal, also letzten Endes ist es ja so, dass der Green New Deal unter anderem auch deswegen gemacht worden ist, weil man gesehen hat, dass in China zum Beispiel ein einziger Konzern über 50 Gigawattstunden PV pro Jahr produziert an Kapazität und ganz Europa produziert neun. Und dann hat man gesagt, okay, scheiße, wir müssen dagegen was machen. Also das hat man ja nicht gemacht, den Green New Deal hat man ja nicht gemacht, weil man irgendwie gemeint hat, so, ah, wir müssen jetzt super grün sein und so, sondern man hat gesehen, unsere Wirtschaft geht kaputt. Deswegen hat man das gemacht. Ja, aber dann sollte man auch ehrlich sein und das benennen, ja. Ja, 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 klar. Da stimme ich dir zu. Wo ich auch der Meinung bin, dass wir eine wirklich funktionierende und gleichrangige Digitale Industrie bräuchten, ja, von großen digitalen Konzernen bis zur Chip-Produktion, Chip-Design und so weiter. Da sehe ich auch ein Riesendefizit, ne. Ja, weil, ähm... Ja, das ist auch, das hatten wir, hatten ja, wir hatten ja Infineon und so weiter, hatten wir ja alles, ne. Und dann ist das alles kaputt gegangen durch Sparpolitik, weil wir immer Sparpolitik machen. Weil wir nicht verstehen, wie die globalisierte Wirtschaftslogik funktioniert. Ja. Na gut, also jetzt, ähm, das ist jetzt erstmal sozusagen auf der, da ist eben mein Standpunkt, dass ich sage, wir müssen jetzt auf jeden Fall uns nicht der Weltenstreber sein und uns sozusagen dadurch ins Abseits befördern, dass wir hier, ähm, äh, deutlich mehr machen als beispielsweise die USA, ja. Ja, und solange die USA noch den, so einen hohen CO2-Fußabdruck haben, wie sie haben, und der ist noch etwa um 50 Prozent höher als der deutsche, ähm, glaube ich nicht, dass wir uns da unsere Wettbewerbsfähigkeit mit kaputt machen sollten. Ja, aber das... Also wir machen unsere Wettbewerbsfähigkeit ja deswegen kaputt, weil wir, äh, unsere eigene Wirtschaft durch Sparpolitik kaputt machen und eben nicht in die, in die Erneuerbaren reingehen. Also nicht in die Zukunftstechnologien reingehen und da vollkommen abgehängt sind. Wir sind komplett abgehängt von China und den USA, was das angeht. Und, äh, letzten Endes, letzten Endes wissen alle mittlerweile, bis auf die CDU und die FDP offensichtlich, was die Zukunft der Wirtschaft ist. Also wo in Zukunft das, äh, wo in Zukunft die Wachstumsmärkte sind. Das wissen alle, das sieht man hier, ne. Und die, 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 ähm, das Problem auch an diesem Argument, aber die anderen müssen erstmal machen, jetzt mal unabhängig von wirtschaftlichen Argumenten, ist ja auch, wenn... Die Klimakrise bedeutet ja, dass wir CO2-neutral werden müssen, beziehungsweise sogar CO2-negativ. Im IPCC-Bericht mittlerweile sagt man, wir haben so viel emittiert, dass wir CO2-negativ werden müssen. Das heißt, wir müssen mehr aus der Atmosphäre rausziehen, als wir reinpusten. Und dann heißt das natürlich, dass alle mitmachen müssen. Also, dass alle auf negative CO2-Emissionen kommen müssen. Besonders eben ein Hauptverursacher wie Deutschland. Dann gibt's halt immer Leute, die sagen, ja, Deutschland hat nur zwei... Deutschland hat nur zwei Prozent und so, ja, ja, ja. Aber so, äh, das mit den zwei Prozent ist ein bisschen Cherrypicking, weil, äh, das sind ja die, das sind ja sozusagen die derzeitigen Emissionen. Wenn wir uns aber die kumulativen Emissionen angucken, also wie viel hat Deutschland insgesamt in die Atmosphäre geblasen, dann sieht die nochmal ganz anders aus. Und, äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir ganz viel Schwerindustrie, also CO2-intensive Schwerindustrie, äh, ins Ausland verlagert haben. Also nach China zum Beispiel. Und, äh, China jetzt sozusagen die Emissionen angerechnet bekommt, die aber eigentlich für unseren Konsum verbraucht werden. Und, äh, deswegen, also, so sagen, nur zwei Prozent. Aber selbst, selbst wenn's nur zwei Prozent wären, wir müssen ja auf negative Emissionen kommen. Als Welt. Ja. Und wir als Deutschland, gerade als einer der Hauptverursacher, wenn wir die kumulativen Emissionen angucken, wir müssen natürlich voranschreiten und den anderen ein Vorbild sein. Ja, also ich muss nicht den anderen ein Vorbild sein. Also dieses, am deutschen Wesen sollte die Welt genesen, das ist schon so oft schiefgegangen, da muss man, das muss man nicht noch einmal wiederholen. Das hat ja damit nichts zu tun. Es hat nur was damit zu tun mit einer Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, weil wir so viel an der fossilen Party teilgenommen haben. Und, äh, wenn jetzt wir sagen, ja, wir machen aber weiter wie immer, warum sollen dann Länder wie Indien oder China sagen, ja gut, dann, äh, dann, ähm, machen wir jetzt eine stärkere Klimapolitik, damit ihr dann irgendwann auch mal anfängt. So funktioniert's ja nicht. Ja, aber ich glaub, es nimmt niemand so ernst wie die Deutschen, dieses ganze Thema. Oh, doch, die Chinesen nehmen das sehr ernst. Also das ist chinesische, also in der, in der chinesischen, äh, Politikrhetorik ist die, ist die Klimakrise, wird sehr viel drastischer besprochen als in, in Deutschland. Weil in China eben die ganzen Millionenstädte oder viele davon am Meer liegen und die Chinesen jetzt heftige Naturkatastrophen hatten, heftige Dürren. Letztes Jahr eine massive Dürre über viele Monate, äh, große, große Teile Chinas betroffen, ähm, äh, und, äh, Hitzewellen, die, die zu hunderttausenden Toten geführt haben. Die Chinesen wissen ganz genau, worum es geht. Wie wissen das? Na, also das ist ja... Die behauptung, die müssten wir jetzt mal überprüfen, dass, also ich bin kein China-Experte, aber das ist mein Eindruck, den ich so aus der, aus der Presse entnehme, dass die das eigentlich, zwar, die reden zwar immer viel, aber was sie dann machen, steht auf einem anderen Blatt. Ja, das sieht man hier, was sie machen, ne? Die bauen mehr aus als die ganze andere, als die ganze restliche Welt zusammen. Naja, das ist ja, das ist ja nicht, schau, ich meine, die Chinesen sind 1,4 Milliarden Menschen, ja, die müssen, die haben, und die haben einen so gigantischen Energiebedarf, und der, der wächst ja auch noch, der Energiebedarf. Ich meine, dass die jeden Strohhalm greifen, den sie bekommen, und dass sie natürlich auch die erneuerbaren Aufgaben, ist ja selbstverständlich, ja, das ist auch klar, also ich meine, das ist, das ist, das ist, das ist das Land mit dem größten Energiebedarf überhaupt, ja, zumindest mittelfristig, ja. Ja, ja. Also, das ist, das ist ja klar, das ist nicht verwunderlich. Ich meine, das ist, das ist reiner Eigennutz, dass die auch die erneuerbaren ausbauen. Ich meine, die haben ja auch... Ja, das wäre für uns halt auch Eigennutz, wenn wir es tun würden, ne, aber wir tun es nicht. Aber wir können, also wir können ja auch haben, können ja auch gar nicht mehr so viel ausbauen, also zumindest was die Windkraft, soweit ich weiß, anbelangt. Oh, doch, wir können jede Menge ausbauen. Da gibt es massive Kapazitätssteigerungsmöglichkeiten. Also es gibt Flächen ohne Ende. Also wir könnten, wir könnten tatsächlich, es gibt Machbarkeitsstudien, dass wir komplett Deutschland mit Windkraft versorgen könnten. 100 Prozent des Energien. Aber wie würde man da mit der hohen Volatilität umgehen? Also das ist ja keine, ist ja nicht unbedingt grundlastfähig, ne? Naja, also dadurch, dass man eben intelligente Netze hat, die den Strom intelligent verteilen, dass man das Ganze kombiniert, realistischerweise halt mit PV. Also meistens, wenn PV halt Energie produziert, das ist ja das Tolle daran, dann weht meistens ein bisschen weniger Wind und in der Nacht ist der Wind stärker und dann hat man aber keinen PV-Eintrag und dann hat man dann noch so ungefähr, hat man noch so ungefähr vier, fünf Tage im Jahr Dunkelflaute im Schnitt, so vier, fünf Tage im Jahr, wo es ein bisschen knapp werden würde. Und das kann man aber über Speichersysteme und Backup-Kraftwerke easy lösen. Also gar kein Problem. Sagt auch Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die da das Ressort Energie leitet, die sagt, das ist überhaupt kein Problem. Die sagt sogar, die Gaskraftwerke, die wir jetzt bauen, als Backup-Kraftwerke, die bräuchte man gar nicht. Gut, ja, aber... Mag sein, aber trotzdem... Und es ist ja auch, also aus marktwirtschaftlicher Sicht, ist es der fucking günstigste Strom, den man kriegen kann. Es ist so unglaublich günstiger Strom, ne? Ja, aber eben halt nicht grundlastfähig. Doch, 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 doch. Das heißt... Absolut grundlastfähig. Also das, wie gesagt, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagt das. Das ist absolut... Es gibt mehrere Machbarkeitsstudien dazu. Ja, gut, die ist natürlich regierungsnah und SPD-nah. Also so gesehen, sagen Sie schon immer das, was auf Regierungslinie ist. Wie kommst du darauf, dass die regierungsnah sind? Weil die ja die Regierung permanent kritisieren. Also Claudia Kempfert ist ja jetzt zum Beispiel die Gaskraftwerk-Offensive ist ja eine SPD-Idee gewesen. Und Claudia Kempfert sagt, es ist eine dumme Idee. Ja, also... Es ist auf jeden Fall kein konservatives Forschungsinstitut. Ja, aber die sind nicht regierungsnah. Ja, aber regierungsnäher als andere. Also die kritisieren... Also die ganzen Wirtschaftsinstitute und allen Wirtschaftsinstituten, die es in Deutschland gibt, DEW ist mit am härtesten regierungskritisch. Also die kritisieren die Entscheidung der Regierung, die ja sehr... Es sind ja... Unsere Regierung trifft sehr schlechte Entscheidungen energiepolitisch gesehen und klimapolitisch gesehen. Ganz, ganz schlechte Entscheidungen. Und das wird vom DEW am härtesten kritisiert. Na gut, okay. Magst recht haben, aber bin ich jetzt nicht so firm, kann sein. Gut, aber trotzdem... Ja, ähm... Wenn wir dann so... Wenn sozusagen dann auf Elektromobilität umgestiegen werden soll, dann wird ja der Energiebedarf auch noch deutlich ansteigen, ne? An elektrischer Energie, ne? Also... Ja, ja, ja. Ja, ist aber nicht so viel. Also, das ist machbar. Aber, ähm... So, das ist ja auch nicht, wenn man sich die... die Summary for Policymakers anguckt, ne? Da hast du ja eben auch schon gesagt, geht es bei der Mobilität eben nicht darum, dass wir, ähm... dass wir alle Verbrenner eins zu eins ersetzen mit E-Fahrzeugen, sondern dass wir den ÖPNV ausbauen. Äh... Das ist die Zukunft, äh... die Zukunft im, äh... in der Mobilität. Und darauf müssen wir setzen, weil ÖPNV eben das Effizienteste ist, was es gibt. Ein voller Zug, du findest nichts, was effizienter ist, äh... vom Preis-Leistungs-Verhältnis, vom Energieaufwand her, äh... Aber halt auch sehr viel inflexibler, ne? Also ich meine, das ist halt schon bequemer. Weiß ich gar nicht so. Also, ne? Beim Auto glauben immer alle, es ist so flexibel, aber ich meine, guck mal, du musst, äh... Du brauchst eine Stellfläche, du musst Steuer dafür bezahlen, du... Es hat Verschleiß, äh... Du hast das Problem mit Staus, du musst Parkplätze suchen, wenn du am Zielort angekommen bist, äh... Du... Du hast, äh... Probleme, dass es dir eventuell geklaut wird oder dass es beschädigt wird, du hast Unfallgefahr und so weiter und das hast du alles im Zug nicht. So, im Zug, du setzt dich einfach rein und fährst. So, und dann fährt dich einer. So... Lebt mal mit Familie auf dem Land, ne? Ja, ich lebe mit Familie auf dem Land, also ich lebe auf dem Dorf mit Familie tatsächlich, ja. Und hast du ein Auto? Ja, ja. Ja, aber ohne Auto ist echt hart. Ja, wir brauchen es eigentlich nur zum Einkaufen, ne? Ja. Gut, dann kommen wir noch mal jetzt, würde ich mal jetzt in die, ein bisschen in die, in die Kernthematik reingehen wollen. Ich habe jetzt noch gar nicht so viel über, über meine Beschäftigung mit dem, mit der Thematik gesprochen, ja. Ja, genau. Also, ich will mal vielleicht von meinem Heureka-Erlebnis erzählen, wie ich dazu gekommen bin, dass also das, das gängige, dass ich starke Zweifel am, am Standardmodell habe. Also, wenn ich jetzt von Standardmodell spreche, meine ich immer sozusagen die Mainstream-Meinung, ne? Das ist für mich Standardmodell, ne? IPCC, sozusagen. Ja, ja, genau. Also, gut, ich, meine Referenz ist halt mein Klimatologie-Lehrbuch. Den IPCC-Bericht habe ich mir jetzt in der Tiefe nicht angeschaut, aber ich... Ja, das ist ja die Mainstream-Meinung, wenn da 64.000... Ich habe ja damals das, 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 das aktuellste Klimatologie-Lehrbuch, das es damals auf dem Markt gab, habe ich mir gekauft und das habe ich halt durchgearbeitet. Ja, ja. Das wird auch kommt auf dem IPCC-Bericht. Zitiert, ne? Das ist schon ein bisschen der Kategismus der Klimatologie, ja. Aber Klimatologie-Bücher gibt es ja viele und der IPCC-Bericht, da sind 64.000 Einzelveröffentlichungen in einer, in der größten Metastudie der Menschheitsgeschichte zusammengefasst worden. Also, das ist schon Mainstream, würde ich sagen. Ja, naja, das sage ich ja. Das sage ich ja. Ja. Gut, ähm, und zwar habe ich mir mal, also, für mich war immer auch wichtig, sozusagen, die Erde zu vergleichen mit den, also, mit, astrophysikalisch mit den anderen Planeten, in denen es Atmosphären gibt, um sozusagen ein stimmiges Gesamtbild mir auch zu machen. Denn was für die Erde gilt, muss ja für andere Planeten auch gelten. Also, es ist ja im Prinzip die gleiche Physik, die wir haben. und, ähm, ich habe mir dann mal die Frage gestellt, bei der Venus, ähm, wo in der Atmosphäre der Venus ist denn die Gleichgewichtstemperatur? Ne? Und habe das dann eben nachgeschaut und das, das Ergebnis war in der oberen Wolkenschicht, also die, die Venus hat ja drei Wolkenschichten, in Summe 20 Kilometer dick und, äh, der Temperaturgraph durchläuft die Gleichgewichtstemperatur in der oberen Wolkenschicht, ne? Und dieses Resultat ist genau das, was man erwarten würde, wenn man davon ausgeht, dass es auf der Venus überhaupt keinen Treibhausgaseffekt gibt. Denn die elektromagnetische Oberfläche der Venus ist ja genau die obere Wolkenschicht. Also, die Oberfläche im Sinne des Stefan-Boltzmann-Gesetzes der Venus ist nicht die Gesteinsoberfläche, ja, sondern dort, wo die Absorption und Remission im Wesentlichen geschieht und das ist, das, was man eben als Oberfläche sieht und das ist die Wolkenschicht, ja. So, und da war ich erstmal ziemlich baff, weil das diesem Narrativ einfach nicht entspricht, dass man da irgendwie 400 Grad Treibhauseffekt hat, ja. Ja, aber das kann man ja messen, das ist ja die Oberflächentemperatur der Venus, so ungefähr 400 Grad. Ja, ja, ne, die, also die, an der Gesteinsoberfläche, die Gesteinsoberfläche ist aber nicht die Oberfläche im Sinne des Stefan-Bolzmann-Gesetzes, ja, womit du die Gleichgewichtstemperatur berechnest, sondern das ist die, dort, wo die Absorption und Remission hauptsächlich geschieht und das ist am Oberrand, an der oberen Wolk, also die oberste Wolkenschicht, das ist dort, wo das Hauptabsorption und Remission geschieht, ja, das heißt dort ist die Gleichgewichtstemperatur. Aber warum guckst du dir die Venus an, das kann man ja sich auch auf der Erde angucken. Naja, es ist so, die Erde ist, also es gibt sozusagen drei, also zwei Idealtypen, also eine, eine, ein Planet mit einer geschlossenen Wolkenschicht und einen Planeten ganz ohne Wolken, da habe ich, also was heißt Planet, da nehme ich dann immer den Mond als Vergleichsmodell, also praktisch eine, ohne Wolken und ohne Atmosphäre, ja, und die Erde ist ja ein Mischsystem, also die Erde hat ein Mischszenario im Grunde genommen, ja, deswegen ist es schon sinnvoll, sich diese beiden Szenarien erst mal anzuschauen, um einfach die Grundlagen besser zu verstehen, ja, und, was ich eben behaupte ist, dass die Oberfläche, also an der Gesteinsoberfläche der Venus, die Temperatur im Wesentlichen durch den Druck zustande kommt, ja, und nicht durch einen Treibhausgaseffekt, ja, und das ist auch insoweit plausibel, weil, also dieser Treibhausgaseffekt ist ja letztlich ein Strahlungseffekt, die Temperatur an der Gesteinsoberfläche der Venus hängt überhaupt nicht von der Strahlung ab, zumindest nicht wesentlich, ich habe, ich habe keine Breitengradabhängigkeit und ich habe so gut wie keine Abhängigkeit Tag oder Nacht. Also dazu kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, ich habe mich nicht mit der Venus beschäftigt, so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das war mein Haureka-Erlebnis, also ich habe mir die Venus angeschaut, habe gesagt, okay, dort wo ich die Gleichgewichtstemperatur im Sinne von Stefan Bolzmann erwarte, habe ich sie und die Temperatur an der Oberfläche kann man durch den Druck erklären, durch die adiabatische Autokompression der Atmosphäre, die ich ja in der Troposphäre in der Erde genauso auch habe, ja, und da sind mir Zweifel daran gekommen, dass man da jetzt irgendwie 400 Grad raus durch den Treibhausgaseffekt postulieren muss in der Venus, wo man auch die hohe Temperaturen Oberfläche auch ganz ohne Treibhausgaseffekt erklären kann, ja. Ich habe da mal runtergerechnet von der Oberschicht der Wolken, also dort wo man die Gleichgewichtstemperatur etwa hat, zur Oberfläche, da kommt man, also man überschätzt dann die Temperatur an der Oberfläche um 19 Prozent, wenn man adiabatisch rechnet, aber das ist ja sowieso eine Idealisierung, man hat real immer einen unteradiabatischen Verlauf und so gesehen ist das absolut plausibel, dass die Temperaturen an der Oberfläche der Venus im Wesentlichen durch die Autokompression der Atmosphäre erklärt werden kann, ja, und deswegen brauche ich da keinen Treibhausgaseffekt bei der Venus, und wenn man jetzt auf die Erde zu sprechen kommt, ja, da fängt es ja, und das ist schon, also das ist schon, das ist jetzt nicht mein Hauptargument, aber wo man einfach, wo ich einfach zum Ergebnis gekommen bin, dass da irgendwas nicht stimmt, dass wenn man auf die theoretischen Grundlagen zu sprechen kommt, man schon mit einer falschen Aussage anfängt, mit einer nachweislich falschen Aussage, also du kennst das wahrscheinlich, irgendwie was, welche Temperatur wäre auf der Erde, wenn wir keine Atmosphäre hätten, minus 18 Grad, das ist ja so die Ur-Argumentation, mit der man die hohe Klimawirksamkeit der Treibhausgase verargumentiert, genau, und die Aussage ist einfach falsch, die Erde hätte ohne Atmosphäre, wenn sie die Albedo von 0,3 hätte, nicht minus 18 Grad, das ist falsch zu sagen, das ist die Gleichgewichtstemperatur, es ist einfach falsch, und ich werde dir sagen, warum, also 18 Grad, minus 18 Grad, durchschnittstemperatur, nicht überall minus 18 Grad, sondern durchschnittstemperatur, nein, das nicht, durchschnittstemperatur, aber auch das ist falsch, Wegen Luftdruck, oder warum? Wir haben noch gar keinen Luftdruck, wir haben erst mal ein Planet ohne Atmosphäre, und die Behauptung, dass dieser Planet im Mittel die Gleichgewichtstemperatur hätte, ist falsch, sondern die Temperatur ist immer niedriger, die mittlere Temperatur ist immer niedriger als die Gleichgewichtstemperatur, es geht gar nicht, es ist eine theoretische Obergrenze, die Gleichgewichtstemperatur für die mittlere Temperatur eines Planeten ohne Atmosphäre, die reale ist immer niedriger, und ich werde dir erklären, warum, das erste, es sind zwei Gründe, der erste Grund ist, mache ich ein Gedankenexperiment, du stellst dir mal einen Planeten mit einer konstanten Atmosphäre vor, mit einer konstanten Temperatur, also überall ist die Temperatur konstant, und für so einen Planeten gilt, und keine Atmosphäre, für so einen gilt, dass die mittlere Temperatur gleich der Gleichgewichtstemperatur ist, also das heißt, überall hast du die gleiche Temperatur, dadurch strahlt der Planet ab, ja, natürlich, ist dann die mittlere Temperatur gleich der Gleichgewichtstemperatur, ja, okay, und jetzt teilst du diesen Planeten in zwei Teile auf, den einen erwärmst du um 10 Kelvin, den anderen kühlst du um 10 Kelvin ab, das heißt, die mittlere Temperatur bleibt gleich, ja, aber die abgestrahlte Wärmeleistung nimmt zu, weil es Stefan-Boltzmann-Gesetz ein T hoch 4-Gesetz ist, das heißt, also die Hälfte, wo du 10 Grad draufpackst, gegen der T hoch 4, strahlt mehr, mehr ab, als die andere Hälfte weniger abstrahlt, dadurch, dass du sie um 10 Kelvin abkühlst, ja, das heißt, im Umkehrschluss, dass je inhomogener ein Planet abstrahlt, umso niedriger ist die mittlere Temperatur unter der Gleichgewichtstemperatur, sie ist also immer niedriger, ja, also du glaubst, dass das etwas ist, was die 64.000 Einzelveröffentlichungen, die im IBCC-Bericht zusammengefasst worden sind, dass denen einfach nicht aufgefallen ist, dass auf der Erde die Temperatur, die mittlere Temperatur nicht überall gleich verteilt ist, dass es denen einfach nicht aufgefallen ist, die haben gedacht, es ist überall gleich verteilt. Das ist zumindest falsch im Klimatologie-Lehrbuch drin, das stimmt einfach nicht. Klimatologie-Lehrbuch juckt mich ja nicht, aber du glaubst halt wirklich, diese ganzen Studien, die haben alle gedacht, überall auf der Erde ist die gleiche mittlere Temperatur und deswegen haben die diesen Messfehler. Das habe ich nicht gesagt. Diese Grundsätze, diesen Fehler in der Grundbemisse. Ich sag nur, das, was im Klimatologie-Lehrbuch steht, ist einfach falsch. Ja, ich kenne dein Klimatologie-Lehrbuch jetzt nicht. Aber es ist das, was du überall hörst. Professor Lesch sagt, Professor Grantefür sagen das auch. Ja, ja, aber das ist ja, ich gehe schon davon aus, dass es so ein simpler Umstand den Leuten schon, also diesen 10.000 von Leuten, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, schon bekannt sein wird, dass die Erde schon unterschiedliche Temperaturen haben in unterschiedlichen Gebieten. Ja, das wissen wir schon, aber die Aussage, dass sozusagen die Erde dann im Mittel die gleiche Wichtstemperatur hat, das ist einfach falsch. Die Aussage ist einfach falsch und du hörst das halt immer wieder. Und auch im Klimatologie-Lehrbuch steht es drin. Das heißt, so werden die Klimatologen in der Zukunft ausgebildet mit Falt, aufgrund falscher Aussagen. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man das in diese Durchschnittstemperatur schon mit eingerechnet hat. Weil ich glaube, dass das denen schon bekannt, also dass das schon jemand drauf gekommen sein wird, dass man das mit in die Metrik reinpacken muss. Also jetzt gehe ich mal sehr davon aus, weil sonst wäre das halt wirklich, dann wären da tausende Leute, die sich da wissenschaftlich beschäftigen, wirklich strunst doof, dass denen das nicht aufgefallen ist. Naja, die Frage ist, wo fällt es denn auf? Also das ist, es ist ja letztlich, du musst ja irgendwo, es ist ja ein argumentatives Glied in der Berechnung der hohen Klimawirksamkeit der Treibhausgase. Das ist ja ein indirekter Schluss, den man macht. Man argumentiert ja so, man schließt ja so auf die hohe Klimawirksamkeit der Treibhausgase. Ich kann nur, Moment, hier. Das ist eine NASA-Kalkulation, die NASA berechnet, was passieren würde, wenn es auf der Erde kein CO2 mehr gäbe. Also es gäbe immer noch eine Atmosphäre, aber kein CO2 mehr. Und dann sehen wir hier unten, kann ich das irgendwie größer machen? Ich muss mal gucken. So, dann sehen wir unten die Jahre, also ab hier ist sozusagen alles CO2 einfach weg, plötzlich. und hier sieht man die Temperatur aufgetragen. Und da kann man dann sehen, dass die Durchschnittstemperatur nach wenigen Jahren schon weltweit auf unter 0 Grad fällt. also und dann nach, was ist das hier, gut 20 Jahren ist es überall auf dem Planeten unter 0 Grad kalt. Also wir haben dann ein Schneeballerde, das haben die einfach mal in so einem Klimamodell berechnet. Offensichtlich ist CO2 ein sehr treibhauswirksames Klimagas. Ja, aber da habe ich eben meine Zweifel. Also das ist, wie gesagt, solche Modelle, wenn du da sozusagen mit falschen Prämissen reingehst, ja, und wenn du schon davon ausgehstst. Also du glaubst auch die ganze NASA, denen ist das auch alles nicht aufgefallen mit der Prämisse. Was heißt aufgefallen? Dass es unterschiedliche Temperaturverteilungen auf der Erde gibt, denen ist das auch alles nicht aufgefallen. Nein, 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 natürlich rechnen die lokal, ja, das ist schon klar. Nein, die rechnen nicht lokal, das hier ist eine globale Berechnung. Also das hier, hier geht es zum Nein, aber sie legen im Netz über dem Globus und rechnen dann die einzelnen Punkte auf und darüber wird dann summiert. So wird das doch gemacht. Na, also hier nicht, hier, das ist ein Modell. Also da rechnet einfach ein sehr leistungsstärker Computer, rechnet in einem Klimamodell einfach aus, was passiert, wenn wir einfach, wir haben jetzt das Klimamodell Erde und dann streichen wir das CO2 aus der Gleichung und gucken, was passiert. Da gibt es, also da misst niemand, sondern das ist einfach ein Modell, was dann durchgeht. Ja, das ist eine Modellierung, klar, ja. Ja, aber das ist wie gesagt, wenn man sozusagen mit der Lehrbuchmeinung reingeht, dass sozusagen 10 Grad oder 8 Grad durch CO2 zu erklären sind an der Oberflächentemperatur der Erde, dann, wenn man das, wenn man mit der Prämisse reingeht, kann man das natürlich auch beliebig genau durchrechnen, ja, aber dann, also man geht praktisch, man setzt so einen Zusammenhang an, parametriert dann anhand von den Messdaten, die man hat und hat sozusagen die Prämisse in das Modell hineingetragen. Okay, also wenn es CO2 nicht war, was hat denn dann das hier verursacht? Gut, das, ich, also ich wollte noch dazu sagen, das ist, ich habe mich mit meiner Prüfung hauptsächlich auf die theoretischen Grundlagen konzentriert. Ich kann jetzt hier an der Stelle nur das wiedergeben, was andere Kritiker sagen, die sagen, da hat man stark gefilterte mit schwach gefilterten Daten kombiniert, ja, und so diesen Hockeys, das heißt, es sind ja keine homogenen Daten, das heißt, die Daten von vor 100.000 Jahren, das sind in der Regel Brutus-of-Proxy-Daten und die von den letzten 150, 200 Daten, also die jetzt aus der historischen Zeit, das sind natürlich dann Messungen, und wenn man da, wenn man die sozusagen in einer Weise zusammenklebt, dass man stark gemittelt mit wenig stark gemitteltem kombiniert, dann kriegt man halt so einen Hockeys-Stick raus, also wenn es dann wärmer wird, ja. Nein, 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 also das sind Eisbohrkerne hauptsächlich, woraus man das dann sehr, sehr präzise die Temperaturen damals modellieren konnte, also wie die Temperaturverteilung gewesen ist und man macht auch mit diesen 14 Methoden und es gibt ja verschiedene Methoden um so Temperaturen von vor, also das ist jetzt 2000 Jahre zurück, um die rückwirkend sozusagen zu berechnen und da gibt es verschiedene Methoden und verschiedene Messpunkte, also wo man jetzt ansetzt, ob man jetzt zum Beispiel bei der C14-Methode ansetzt oder ob man bei Eisbohrkernen oder bei so anderen Möglichkeiten noch, wie man das berechnen kann und wenn die alle ungefähr zum gleichen Ergebnis kommen, dann kann man davon ausgehen, dass das schon relativ präzise ist. Das sind ja die Sachen, die man jetzt sozusagen gemessen hat aus diesen Eisbohrkernen und so weiter und das sind ja auch diese, also das deckt sich eben auch mit den Beschreibungen der Leute, die damals geschichtliche Texte aufgeschrieben haben. Also das ist zum Beispiel in dieser Medieval Warm Period, dass es da ungewöhnlich warm gewesen ist und dass wir diese Little Ice Age gehabt haben. Also das sind ja auch historische Aufzeichnungen, wo eben genau das beschrieben wird und das deckt sich dann auch wiederum mit den Messungen. Also es ist jetzt nicht einfach nur irgend so ein Hokus-Pokus. Ja, aber die Daten der letzten 200 Jahre, das sind halt dann auch unsere normalen Temperaturmessungen, die man sozusagen in den klimatologischen Instituten hat. Die hat man natürlich da auch mitverwendet. Ja, also die Messungen sind dann natürlich schon präziser geworden und aber trotzdem, also hier sieht man ja auch die Messungen und Genauigkeiten, das ist ja hier so grau dargestellt. Die werden natürlich immer geringer, je präziser die Messmethoden werden. Also hier haben wir dann immer präzisere Messmethoden, dann wird die Ungenauigkeit natürlich immer kleiner, aber man sieht trotzdem sehr eindeutig, was hier Phase ist. Ja, aber das ist halt, also um nochmal auf meinen Standpunkt zu sprechen zu kommen, also wenn man mir erzählt, dass der Mond silbrig-gelb ist, weil er aus Käse besteht, ja, dann will ich wohl glauben, dass der Mond silbrig-gelb ist, aber nicht, weil er aus Käse besteht, ja. Also wie gesagt, ich habe hauptsächlich die theoretischen Grundlagen mir angeschaut. Es gibt andere Kritiker und Skeptiker, die sich sehr auch mit der Imperie beschäftigen und die da auch ziemlich hanebüchende Sachen herzutage gefördert haben, ja, aber das ist nicht meine Baustelle gewesen, ja. Ja, aber wie erklärst du das jetzt hier? Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, die müssen sich irgendwie vertan haben, das reicht ja nicht. Also was man, eine Kritik, die es gibt, dass halt, dass man im erheblichen Maße den Stadtklimaeffekt mitgemessen hat, ja, dann, also das, das ist eine der möglichen Kritiken, die es gibt, ja. Andere Kritiken beziehen sich darauf, dass halt die Art und Weise, wie man sozusagen über den Globus summiert beziehungsweise integriert, ist ja auch alles andere als einfach, du kannst ja nicht einfach so eine, so eine Globaltemperatur berechnen, ja. Genau. Das ist alles andere als trivial. Okay, ja, ja, dann die zwei Punkte erstmal, also mit dem Stadtklima, ja, ja, also das haben die Klimaforscher natürlich auf dem Schirm zur Erklärung für den Chat. Stadtklima bedeutet, wir haben Messstationen und die Messstationen stehen irgendwo auf dem Land und dann gibt es Urbanisierung und dann gibt es die Messstationen auf einmal in der Stadt und nicht mehr auf dem Land wie vorher. Und dann liefert sich natürlich andere Messdaten, weil in der Stadt ist es wärmer als auf dem Land. So, das heißt aber, das haben Klimaforschende natürlich auf dem Schirm und diese Messstationen werden dann auch rausgepackt aus, also zum Beispiel diese Messstationen, die vorher andere Daten geliefert haben als jetzt, weil sie vorher auf dem Land waren und jetzt auch in der Stadt waren, werden rausgepackt aus der Modellierung und auch Messstationen, die keine Referenzmessstationen in der... Moment, Moment, du meinst aus der Messung, du meinst aus der Messung. Aus der Messung und dann aus der Messung abgeleitete Modellierung, ja. Beziehungsweise hat ja mit Modellierung nichts zu tun, ja klar, hast recht. Also aus der Messung werden diese Messstationen rausgeschmissen und auch Messstationen werden rausgeschmissen, die keine Referenzmessstationen in einem bestimmten Radius haben. Und zwar weil, wenn eine Messstation falsche Daten liefert, fällt das ja nur auf, wenn man eine Messstation in der Nähe hat, die andere Daten liefert. Und das heißt, Messstationen, damit sie für die Klimaforschung interessant sind, müssen Referenzmessstationen in der Nähe haben, womit man dann sozusagen sicherstellen kann, okay, hier haben wir Messstationen, die funktionieren. Das ist ja relativ unwahrscheinlich, dass beide gleichzeitig kaputt gehen und beide gleichzeitig die falschen Werte anfangen anzuzeigen. Und also, das weiß man schon, also das hat man schon auf dem Schirm dann, dass man da guckt, dass man eben möglichst aussagekräftige Messwerte in die Skalen einträgt. Und was war dein zweiter Punkt nochmal? Ja, das ist halt, ich meine, ich glaube, ich habe gesagt, dass es relativ schwierig ist, überhaupt eine Globaltemperatur zu rechnen. Ach so, genau, 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 genau. Da wollte ich, ich finde es besser, wenn wir Punkt für Punkt gehen, weil dann ist das für den Chat besser nachvollziehbar. Ähm, ja, äh, deswegen wird ja auch ne, ne, wird ja auch geguckt, äh, nach, ähm, nicht nach Nominalwerten, sondern man, äh, guckt nach, ähm, Anomalien. Also es wird eine Klimaanomalie berechnet. Weil man nicht guckt, okay, hier ist Temperatur so und jetzt ist sie so und dann guckt man vergleicht das und dann kann man natürlich irgendwie Fehler machen und dann gibt das auch, äh, so, dann kriegt man merkwürdige Werte raus, wenn man das dann im globalen Maßstab berechnet. Aber man guckt einfach nach Anomalien. Also wie, wie unter, also wie weit weicht sozusagen die Temperaturmessung ab von einem gewissen Referenzwert? Und dann kriegt man sehr präzise Werte. Aber gerade so für die, für die Klimageschichte ist das halt gar nicht so einfach. Also gerade so vor, sagen wir mal, hunderttausend Jahren, man hat halt aus den Eisbaukernen, das sind ja nur, wie soll ich sagen, man hat keine lokale Temperaturverteilung über die, über die Erde, ja. Und, ähm, wie will man auch so was, wie will man auch solche Temperaturen, also ich will mal so sagen, je näher wir an die Gegenwart rankommen, umso besser ist die Qualität der Daten, ne, der Messungen. Ja, ja. Beispielsweise Temperaturmessungen der letzten 30, 40 Jahre, da haben wir Satellitenmessungen, ja, vor 40, vor 50, 60 Jahren hatten wir halt noch keine Satellitenmessungen, oder ich weiß nicht, wenn die ersten Satellitentemperaturmessungen gemacht haben, weiß ich nicht, wahrscheinlich so, ich schätze mal so 60er, 70er Jahre, ne. Ähm, und das, das gilt halt auch für die, gerade die prähistorische Zeit, ja, ähm, und, äh, vor allem was, was die, was auch die Verteilung über den ganzen Globus anbelangt, ist das halt alles andere als einfach und sind auch die, ist auch die Synthese dieser, dieser Daten alles andere als voraussetzungsarm, ja, das ist, das ist alles andere als trivial, ne, und, ähm, die, die Unsicherheit ist, nimmt halt schon mit der Vergangenheit auch zu, ne. Ja, klar, aber, aber es ist auch nur teilweise richtig, weil, weil, also wir gehen immer davon aus, dass, äh, die, die Messinstrumente, die wir heute haben, präziser sind als die, die jetzt zum Beispiel im, im, im 19. Jahrhundert gehabt haben, aber die analogen Messinstrumente, die damals gehabt haben, äh, sind auch euch das präzise und sogar in der Präzision sehr vergleichbar mit, mit modernen, äh, Messinstrumenten, was Temperaturmessung angeht, zum Beispiel diese Quecksilber, äh, äh, man hat es halt einfach nur geändert, weil aus verschiedenen, es gibt, ne, es gibt natürlich die, bei, bei Digitalisierung hat man dann die Möglichkeit, äh, die Daten sofort in irgendeine Datenbank reinzuladen, man hat die sofort überall verfügbar, man kann sie in Realtime sehen, das hat natürlich gewisse Vorteile und, äh, natürlich, ähm, ist Quecksilber auch einfach giftig, ne, und, es gibt verschiedene Gründe, warum man das geändert hat, die sind aber nicht weniger präzise, die Daten, äh, aus dem 19. Jahrhundert, wenn es um die Temperaturmessung geht. Ja, aber man hat, man hat halt immer weniger, Messstationen, je weiter man zurückgeht, ja, das, also gerade die, die außereuropäischen, außereuropäischen Regionen sind natürlich dann sehr schlecht repräsentiert. Genau, da, da, da habe ich eine, eine, eine Studie zu, äh, gesehen, ähm, da hat man das einfach mal ausgerechnet, also da hat man mal geguckt, okay, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt, beispielsweise dann im, 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 im 19. Jahrhundert in Deutschland nur noch 17 Messstationen, ne, anstatt heute Hunderte. So, und dann hat man geguckt, wie, äh, ist denn jetzt die Standardabweichung, also, wie ist denn, ne, Standardabweichung, Streuung, ich weiß gar nicht genau, ähm, also, wie, wie groß der Messfehler sozusagen, und es waren 0,05 Grad, also, du kannst mit 17 Messstationen fast genauso präzise messen, in, in, die deutsche Durchschnittstemperatur messen, wie mit 500. Also, ja. Gut, aber das ist, wie gesagt, das ist die, das ist halt, in Europa hat man da eine ziemlich gute Qualität der Daten, ja, aber halt auch so, aber ich möchte, wie gesagt, weil ich mich nicht so sehr mit der Empirie beschäftigt habe, möchte ich eigentlich, kann ich, gibt es andere Skeptiker, die da sehr viel bewanderter sind, so, das Josef Rady oder so, der hat da sehr viel zu gemacht, zu den Daten, also, das ist, also, es sind auch viele, viele interessante Videos, die der dazu, zu dieser ganzen Datenfrage auch gemacht hat. deine Erklärung für, für, für das hier ist einfach nur, die, die haben sich irgendwie vertan, oder, oder wie? Du, das sind, wie gesagt, ich will wohl glauben, dass der Käse, dass der Mond silbrig gelb ist, aber nicht, dass er aus Käse ist. Die theoretische Erklärung überzeugt mich überhaupt nicht, ja, und woran auch immer es liegt, ja, also, ob das jetzt Artefakte sind oder nicht, oder, weiß ich nicht, da bin ich agnostisch, ja, also, da weiß ich nicht, keine Ahnung, ja. Okay, also, du, du erklärst das einfach nicht, also, das ist einfach, keine Ahnung, ist halt einfach irgendwie falsch. Was weiß ich, also, das habe ich mir nicht zu wissen. Aber, aber, also, das würde ja bedeuten, dass tausende Menschen da falsch messen, das kann ja eigentlich gar nicht passieren, äh, weil die irgendwie zu blöd sind, ihre Messstationen zu bedienen, sondern die müssten ja irgendeinen Hintergedanken haben, oder? Also, es gibt ja, es gibt ja ein historisches Beispiel, ja, wir haben, in den 80er Jahren haben wir das sogenannte Waldsterben gehabt, ja. Ich weiß nicht, ob du, sagt dir das was? Ja, saurer Regen, Schwefelsäure und so weiter. Wir wissen heute sehr genau, dass es das so, wie das damals behauptet wurde, nicht gab, ja. Es gab es nicht, so wie das damals behauptet wurde, ja. Die Waldfläche hat auch in den 80er Jahren kontinuierlich zugenommen in Deutschland, ja. Was es gab, gab, es gab lokale Schäden, wo diese Mechanismen tatsächlich da waren, weil da, weil da starke Emittenten waren, ja. Aber so wie das damals von Medien und Wissenschaft behauptet wurde, gab es das nicht. Und deswegen sind auch die Prognosen, die damals getroffen wurden, dass wir also im Jahr 2000 überhaupt keinen Wald mehr haben oder so, einfach nicht eingetreten, ja. Ja, doch. Das ist, Also, kennst du den Waldzustandsbericht? Der ist seit 30, 20 Jahren etwa konstant, dass eben ein Drittel der Bäume geschädigt ist, aber das ist völlig normal. nicht ein Drittel, 80, 80 Prozent. Ja, da weiß ich aber was anderes. Ich weiß, ja, das ist ja der neue Waldzustandsbericht, vier von fünf Bäumen sind krank. Da habe ich andere Zahlen. Ich kenne das. Ich habe gelesen. wir ein Drittel etwa geschädigte Bäume haben, ja, aber das ist, das ist dann aber, so wie das damals prophezeit wurde, hat es das nicht gegeben und man weiß auch, dass das Großfleck global diese Mechanismen so nicht gewirkt haben. Doch, also man, man hat das gesehen, das lag an der Schwefelsäure, die von der Industrie in die Atmosphäre eingetragen ist, dann gab es sauren Regen, also ich habe damals ja schon gelebt, ne, ich bin ja auch ein bisschen älter und habe den sauren Regen mitbekommen, ne, gerade in Köln, ne, der Kölner Dom, da hat man es sehen können, wie er das Gestein weggefressen hat. Das ist halt so ein Basaltstein, der, ne, halt, der saure Regen hat den, den Dom halt komplett, ähm, zerfressen und, ähm, das fand ich als Kind schon echt gruselig und das einem dann auch gesagt wurde, ey, jetzt besser nicht nach draußen gehen, wir haben sauren Regen und so, hat man gelöst, indem man einfach Filter, äh, bei den Industrieanlagen hat einbauen lassen. Das sind aber wie gesagt lokal, das waren an dem Punkt dann lokale Schäden durch die Autogas-Emissionen, ja? Ne, 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 das hat mit Autogas relativ wenig zu tun, da geht es um Schwefelsäure, äh, also Schwefel-Emissionen in der Industrie und die Industrie wurde dann, äh, durch ein Verbot dazu verpflichtet, äh, Filteranlagen dafür einzubauen und dann haben wir das Problem gelöst. Aber die Autogas-Emissionen, die, die, die machen ja auch, ähm, ähm, Stickoxide und die sind ja auch. Ja, die waren auch ein Teilproblem, aber hauptsächlich ging es um die Industrieanlagen. Rauchras-Entschlöfelung, ja, aber das ist nicht das Waldsterben, ne? Das Wald, die Waldfläche hat in den 80er Jahren kontinuierlich zugenommen in Deutschland, ja? Und weil sie seit vielen Jahrzehnten zunimmt. Also, wenn eine Waldfläche zunimmt, heißt das ja noch nicht, dass es kein Waldsterben gibt, weil du kannst ja mehr Fläche haben und trotzdem mehr kranke Bäume und kaputte Bäume. Ja, aber das heißt nicht, dass es kein Wald, also das, was man uns prophezeit hat in den 80er Jahren, ist nicht eingetreten. Ja doch, ist schon eingetreten. Wie gesagt, neuer, ließen dir durch den neuen Waldstand, Waldzustandsbericht, 80 Prozent der Bäume sind krank. In Deutschland. Wie gesagt, das, was man damals gesagt hat in den 80ern, ist nicht eingetreten. Da gab es Prophezeiungen, dass es im Jahr 2000 überhaupt keinen Wald mehr gibt, ja? Ja gut, solche Prophezeiungen sind mir jetzt nicht bekannt, aber gut. Die Wald, die Waldfläche hat, und wenn die Waldfläche zunimmt, ja, dann kann es nicht so, so desaströs sein, ja? Ne, das ist ein Denkfehler von dir. Du kannst ja mehr Fläche haben und trotzdem ist mehr Waldbestand kaputt. Also, die Fläche ist ja nicht ausstattgebend dafür, um festzustellen, wie viel der Fläche ist kaputt. Und du sagst, in welchem Zeitraum hat das zu, also ich weiß, die Zahlen bis dahin... Die Zahlen aus den 80ern habe ich jetzt nicht. Ich weiß nur, ich habe die neuesten beiden Waldzustandsberichte gelesen, aber die 80er-Jahre-Zahlen kann ich dir jetzt nicht sagen. Über die letzten Jahrzehnte, es war immer ein Drittel, ist etwa kaputt, ich weiß nur, dass das nicht stimmt, dass auf die aktuellen Waldzustandsberichte stimmt ein Drittel die Zahl einfach nicht, die du nennst, die stimmt einfach nicht, weil ich habe es gelesen. Aber können die Leute ja nachprüfen, weil Zustandsberichte kann man sich ja durchlesen. Also, so wie das damals behauptet wurde, es ist auch sehr gut aufgearbeitet worden. Es gibt eine wunderbare Art Doku dazu, die das eigentlich richtig schön aufzeigt, wie damals also eine maßlose Übertreibung stattgefunden hat. Ich will nicht sagen, dass alles falsch war. Die Rauchhäuser in Spreflung war sicher eine sinnvolle Sache, der Mehrweg-Drei-Wege-Katalysator auch. Aber die Untergangsszenarien, die damals gezeichnet wurden, waren so nicht zutreffend. Ja, aber man kann eben auch diese Schwefelsäure-Problematik nicht übertragen auf die Klimakrise, weil die Klimakrise ist eine ganz andere Geschichte. Weil wir da über ein globales System reden, wo alle Länder dieser Welt klimaforschend tätig sind und wo die saure Regen-Problematik war doch eher lokal. Da hast du schon recht. Wo die Industrie war, war es am drastischsten und so weiter. Das heißt, da hat man auch am genausten hingeguckt. Und die Klimakrise ist eben ein, also ob das CO2 bei uns emittiert wird oder im Zimbabwe, ist für das Klimasystem egal. Das ist das CO2-Molekül, was in der Atmosphäre ist, ist für alle Länder, also das ist ein globales System und wo alle Länder forschend dran tätig sind und alle kommen ungefähr zum gleichen Ergebnis. Und dann gehe ich schon davon aus, dass das schon wohl hinhauen wird und nicht da irgendwie zigtausende Forschende weltweit zu blöd sind, Messdaten zu interpretieren. Also da bin ich dann einfach vielleicht ein bisschen naiv, aber... Das ist zu blöd, zu blöd ist ein bisschen der falsche Ausdruck. Also, ich sage jetzt auch nicht, dass die alle zu blöd sind, aber die allerwenigsten Wissenschaftler gehen ja wirklich zu den Fundamenten der eigenen Wissenschaft. Das muss man ehrlicherweise mal sagen. Man lebt, man wächst in ein System hinein, wird angelernt wie bei einer Lehre und macht das, was einem sozusagen der Professor vorlebt. Und so funktioniert Wissenschaft großteils, sodass ich jetzt nicht sagen würde, die sind zu blöd. Außerdem wissen wir seit Thomas Kuhn, dass es nicht eine Frage von Blödheit oder Nicht-Blödheit ist, sondern davon, in welchem Paradigma man geprägt ist und in welchem nicht. Wir haben es ja einfach nur mit Messungen zu tun. Das hat ja mit Ideologie sehr wenig zu tun. Das ist einfach nur mit Messungen. Es gibt nicht einfach nur Messungen. Aber hier jetzt zum Beispiel, wo du sagst, das kommt nicht hin hier. Also hier haben wir es ja einfach nur mit Messungen zu tun. Das hat ja nichts mit Meinung zu tun, Glauben, mit irgendwas, mit Ideologie oder sonst was. Das ist einfach Messungen. Das wirst du wissen als Physiker. Es gibt keine theoriefreien Messungen. Ja, du musst natürlich die Metrix festlegen und so. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ich meine, das Projekt des logischen Positivismus ist ja gescheitert. Also es gibt nicht die elementaren Basissätze der Beobachtung. Und ich meine, warum ist diese wissenschaftstheoretische Sicht von Thomas Kuhn so erfolgreich gewesen und beschreibt auch die Wissenschaftsgeschichte relativ gut. Es ist, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass man in einem Paradigma gefangen ist und dass das auch eine ganze Generationen in einem Paradigma gefangen sind, das sich dann auch wieder als irgendwann als überfohlt erweist. Das ist immer wieder auch in der Wissenschaftsgeschichte vorgekommen. Wie glaubst du, ist es so zu der Messung da gekommen? Haben die sich auch vertan? Ja, also was soll ich da jetzt sagen? Ich weiß, was ich mir angeschaut habe, sind die Meeresspiegel von der Nordsee und da bin ich nicht überzeugt gewesen, weil der Meeresspiegel der Nordsee seit vielen Jahren... Okay, also die bei den Meeresspiegelmessungen, die vertun sich ja auch alle, okay. Was ist, wenn wir jetzt... Nein, was heißt, die vertun sich alle? So einfach ist das doch nicht. Jetzt hast du... Schau, ich kann jetzt auch nicht auf... Du zeigst mir jetzt irgendeine Messung, da kann ich jetzt auch nicht was zu sagen. Ich müsste mir das ja auch anschauen, ja. Und ich habe ja auch schon eingangs gesagt, dass ich mir die Piri nicht so genau angeschaut habe. Ja, aber das ist vielleicht das Problem, dass du sie dir nicht so genau angeschaut hast. Weil guck mal hier, das ist die Meeresoberflächentemperatur. Das hier ist 2024, das ist 2023, das sind die Jahre 1981 bis 1922. Und hier sehen wir, also wie kommt das zustande? Es gibt natürlich immer Beobachtungen, die eine Hypothese bestätigen. Es gibt aber genauso gut auch Beobachtungen, die eine Hypothese widerlegen, ja. Und so gab es beispielsweise, was die Entwicklung des Nordpolareises anbelangt, die Prognose von Klimatologen, dass wir hier eine lineare Abnahme zu erwarten haben bis irgendwie 2030 bis 2040. Aber der Trend ist mittlerweile gebrochen, ja. Und wir haben wieder, also dieser lineare Trend, den man in den Zehnerjahren prognostiziert hat, für das Nordpolareis ist gegenwärtig gebrochen. Und das heißt, hier sind auch wiederum Voraussagen widerlegt worden von Klimatologen unter dem Paradigma des Standardmodells, ja. Ja, also hier sehen wir, hier sehen wir das Nordpolareis. Ja, es ist unterdurchschnittlich wenig. Und wenn wir uns jetzt angucken, 2023 war es auch unterdurchschnittlich wenig. Also es ist sehr, also im Vergleich zum Durchschnitt, sehr viel weniger gab es Eis im Nordpolarmeer. Aber das Problem ist eben eher, wenn wir uns angucken, die Northern Hemisphere, da ist es halt komplett, letztes Jahr komplett Affenscheiße gegangen, wie man sagt. Also hier, das ist halt eine komplett absurde Messung gewesen. Es ist auf einem absoluten Rekordminimum gewesen. Das Eis im, das antarktische Eis ist so rapide geschmolzen, wie noch nie zuvor. Ja, das antarktische, aber das arktische. Ja, ja, das arktische, so, das hatte ich ja gerade. Moment, hier. Das ist das, das ist das arktische Eis. Da sieht es nicht so dramatisch aus. Ja, ja. Also da, da haben wir hier 2024, das ist schon, ist schon unterdurchschnittlich. 2023 war auch wirklich, gab es sehr wenig Eis nur im Nordpolarmeer, mehr sieht man hier. Aber, aber im, im, in der Antarktis sieht es halt wirklich dramatisch aus. Ja, ja, aber wir haben da, wir haben da um 2020 eine Trendumkehr gehabt zwischen Aktis und Antarktis. Also das, 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 das antarktische Eis hat vor 2020, soweit ich weiß, hat es auch eine Zunahme gegeben und das hat sich jetzt umgekehrt. Das heißt, da nimmt sich das Eis trab ziemlich ab, soweit ich weiß. Also 2020 war ein absolutes Rekord, äh, niedrig Eis, ja, für das Nordpolarmeer. Das sieht man hier. Also 2020 ist diese rote Linie hier. Weiß die, man sieht es hier wieder nicht. Ist diese, ist diese rote Linie hier, äh, Nordpolarmeer. äh, ja, da hat es sehr stark abgenommen. Ja, aber das, ja, aber das ist genau diese Trendumkehr, wo ich sage, ab 2020 gibt es eben nicht mehr diese klarlinieare Abnahme, ja. Das ist das, was ich meine. Ja, aber, ja, im Nord, okay, also im Nordpolarmeer gibt es seit 2020 keine starke Abnahme mehr. Nicht mehr. So, aber jetzt haben wir, jetzt haben wir hier wieder das Problem mit dem Cherrypicking. Ne, du suchst dir jetzt einen Messwert aus, der in dein Narrativ passt und ignorierst, dass währenddessen in der Antarknis das Eis uns unterm Arsch weggeschmolzen ist. Und wir haben ja hier in dem Zeitraum, den du betrachtest, ja nur drei Jahre. Ähm, so, natürlich kann das mal passieren, dass dann in diesen drei Jahren, äh, dass das ein bisschen stagniert, aber der Trend ist ja trotzdem erkennbar. Das ist ja Cherrypicking, was du da machst. Ja, was heißt Cherrypicking? Also es ist, äh, ich, ich, also das ist, ich bin vor allem auf das Nordpolar-Eis deswegen auch auf diesen Tatbestand gekommen, weil es da eben eine Doku zu gab, auf, auf, ähm, Terra-X, wo sozusagen noch dieser lineare Trend für das Nordpolar-Eis auch vorausgesagt wurde, der dann eben sich um 2020 gebrochen hat, ja. Und das ist sozusagen, wo man sagt, hier sind, haben Klimatologen eine Voraussage, eine Prognose gemacht, die sich dann nicht bestätigt hat, ja. Naja, es war schon sehr wenig, ne, also, äh, hab ich ja gerade gezeigt. Nein, sie haben, sie haben ja, sie haben ja gesagt, sie haben ein lokales Modell, ist für mich auch ein Beispiel gewesen, 20, du weißt das doch als Physiker, ne, Statistik, du hast 20, 20, 20 ein absolutes Rekordminimum an Eis, dass dann das Jahr danach eventuell nicht noch weniger ist, wenn du gerade so einen richtigen Peak hast, ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Heißt aber nicht, dass du, ne, du hast ja, du musst ja die Punkte der Jahre auftragen auf, über einen langen Zeitraum und dann kannst du einen Trend erkennen. Und wenn du die einfach nur Cherrypicking-mäßig vier Jahre rauspickst, beziehungsweise drei Jahre in dem Moment, rauspickst und sagst, ja, da hat es aber ein bisschen stagniert, werden wir 2020 ein absolutes Rekordminimum hatten an Eis, das ist schon sehr Cherrypicking-mäßig, ne? Ja gut, aber die, die, die Klimatologen in dieser Dokumentation hatten ja wirklich gesagt, sie haben ein lineares Modell entwickelt und das war halt eine lineare Entwicklung. Ja, aber du weißt doch, dass das nicht, dass das nicht lineares Modell bedeutet nicht, du hast hier einen Punkt, dann da einen Punkt und dann hast du genau eine gerade Linie, sondern du hast verschiedene Messpunkte, die können variieren und wenn du dann irgendwann die Linie durchziehst, dann ist es einigermaßen linear. Das bedeutet linear im naturwissenschaftlichen Sprech dann in dem Moment. Und das ist ja nicht widerlegt durch drei Jahre, wo es ein bisschen stagniert. Ja, aber so wie, so wie es, so wie es prognostiziert wurde, wenn wir jetzt 20, jetzt haben wir 2024, ne? so wie es prognostiziert wurde, hat es sich eben nicht fortgesetzt linear. Also ich meine, da kann man natürlich sagen, es ist dort sportlich gewesen, dass sie gesagt haben, wir haben ja ein lineares Modell entwickelt, aber die Aussagen, die sie da getroffen haben, waren schon ziemlich stark, ja, so dass man da an denen das dann schon auch messen muss. Ja, also ich finde, ich finde, ich finde das schon, also ich finde es extrem unwahrscheinlich, dass sich die alle vertun, also die Leute, die den Meeresspiegel messen, die sich vertun, die Leute, die den Temperaturanstieg messen, dass die sich vertun, dass die Leute, die die Palio-Geschichte machen, dass die sich auch alle vertun, mit ihren Eisbohrkernen und dass die alle irgendwie falsche Daten zutage kommen. Wir haben vor zehn Jahren noch eine ganz andere... Wo gemerkt, es sind tausende Menschen weltweit, die das tun. Ja, wir haben vor zehn Jahren, aber es ist trotzdem nicht so eindeutig. Es hat auch noch mal, wann war das? Vor zwei, drei Jahren noch mal von zahlreichen Physikern auch aus Italien eine Petition gegeben, die sich gegen sozusagen den Alarmismus gewendet haben. Wir haben vor zehn Jahren noch eine ganz andere Diskussionssituation gehabt, wo noch sehr viel mehr Kontroverse auch in den Medien waren. Ja, wo auch mal ein sehr, sehr, sehr prominenter Klimatologe sozusagen aus dem Mainstream ausgestiegen ist, aber der ist dann sehr arg verprügelt worden. Also die Mechanismen sind da schon ziemlich hart. Was man natürlich auch berücksichtigen muss und das darf man überhaupt nicht unterschätzen, ist, dass die Klimatologie natürlich ein gigantisches Objektivitätsproblem hat. Was meine ich damit? Also nur kurz, kann ich kurz einen Einstuhl machen, weil das hier, was ihr hier seht, sind verschiedene Studien aus verschiedenen Jahren, die sich beschäftigen, also es ist quasi so eine Meta, also so eine quasi wissenschaftskritische Studien, die gucken, wie hoch ist denn eigentlich der Konsens innerhalb der Klimawissenschaft? und da gibt es hier neun Studien, die hier zitiert worden sind und das variiert eben zwischen 91 Prozent hier und 100 Prozent 2004. Wobei 2004 eben die Klimawissenschaft noch ein relativ kleiner, vergleichbar kleiner Bereich, weswegen so hier diese hohen Zahlen zustande gekommen sind, aber 2021 waren es eben auch 99 Prozent Konsens in der Klimawissenschaft. Ja, aber was heißt das? Was heißt dann Konsens? Ist das dann so eine Aussage wie, der Mensch hat Auswirkungen auf das Klima? Das ist ja eh klar, aber das heißt nicht zwingend, dass man das genauso in dieser alarmistischen Weise unterstützt, wie das sozusagen dann... Ne, also der Konsens ist, der Konsens ist, Moment, wo habe ich es denn gehabt? Der Konsens ist, dass man das hier, also das hier, dass das menschengemacht ist. Das ist der Konsens. Das ist das, was 99 Prozent der Forschenden in der Klimawissenschaft unterschreiben. Das hier ist menschengemacht. Ja, das hier. Ja, zu welchem Anteil? Zu 100 Prozent. Also das ist hier, so hier, Moment, ne, äh, äh, weiß, ja, sieht man es? Äh, so, huch. Ich will reinzoomen, hallo? Ah, was ist denn das hier? Macht das jetzt größer? Okay, warte mal, dann rühre ich das so, äh. Äh, ja, also, hier sieht man, äh, das Observed Warming, also dieser, dieser graue Balken hier, so, wie viel Warming hatten wir? Bis 2019, und, und dann sieht man Contributions, äh, äh, ne, aggregated Contributions, die, die menschengemachten, ähm, so, äh, Contributions to Warming based on two-committee approaches, äh, das hier sind sozusagen die, 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 äh, menschengemachten Einträge darin, und da sieht man, dass es nahezu der gleiche Balken ist, ne? Also, wenn wir die hier vergleichen, so, also, äh, links das gemessene, rechts der, der menschliche Eintrag ins Klimasystem, und dann sieht man, ja, okay, das ist fast deckungsgleich, ne? Gut, aber ich kann mir, also, sagst du jetzt, ich meine, man müsste sich das anschauen, wie genau dann gefragt wurde, bei diesen Sprühstudien, dann wird es sicherlich nicht überall gleich gefragt. Das ist, das ist IPC, IPCC-Bericht hier, ne? Also, das ist die Metastudie. Das ist das, was, das Kondensat aus diesen ganzen Einzelstudien rausgekommen ist. Ja. Gut, ich hoffe, wollte aber noch auf das Objektivitätsproblem eingehen, ne? Was die Klima-Tulose, die Klima-Tulologie als Ganzes hat. Ja. Und es ist einfach dadurch gegeben, dass die Klima-Tulologie natürlich ein massives Interesse da hat, eine Katastrophe zu verkünden, ne? Weil die Forschungsmittel, die die Klima-Tulologie zur Verfügung gestellt bekommt, natürlich extrem abhängig davon ist, wie wichtig das ist, was sie erforscht. Ja. Ja gut, das hast du in allen Forschungsbereichen, ne? Diesen Bias. Das hast du in allen Forschungsbereichen, aber das ist auch in der ganzen Wissenschaft ein Problem. Ich meine, wir haben, Korruption in der Wissenschaft ist ein Riesenproblem. Und das ist auch eigentlich hinlänglich bekannt. Ich meine, da musst du dir nur mal die Ökonomie anschauen, ja. Dort hast du praktisch den, ich will mal sagen, monetaristischen Neoliberalismus als die Orthodoxie, ja. Und das und alle anderen Lehrmeinungen gelten als heterodox, ja. Und allein schon diese Sprachregelung ist natürlich entlarvend, ja. Und das ist natürlich nicht so, weil die orthodoxe Ökonomie die einzig richtige ist, sondern weil sie einfach interessengeleitet so ist, ja. Also das ist nicht naturgegeben, dass diese Forschungsrichtung so dominant ist in der Ökonomie, ja. Ja. Aber ich glaube, das siehst du vollkommen falsch. Also da bist du komplett auf dem falschen Dampfer. Also du hast recht, wenn du sagst... Wir haben dieses... Also dieses Objektivitätsproblem ist vorhanden. Ich meine, allein schon, dass der IPCC nicht von einem Wissenschaftler geleitet wird seit Jahrzehnten, ist ja schon der größte Witz überhaupt. IPCC hat jetzt erst vor ein paar Monaten wieder gewechselt, der Vorsitzende. Aber so, also die... Du hast recht, dass es ein Bias gibt, also dass es auch politischen Druck gibt auf Klimaforschende und dass Klimaforschende gucken müssen, dass sie an ihre Fördergelder kommen und dann ist die an ihre staatlichen Gelder... IPCC ist ja auch ein international staatliches Projekt, also international gefördertes gemeinschaftliches Projekt von verschiedenen Staaten weltweit. Und der Bias ist aber komplett anders, als du behauptest. Der Bias ist in die Richtung, dass von den Klimaforschenden verlangt wird, das Ganze zu beschönigen. Das Ganze so harmlos wie möglich darzustellen, weil die politische, die herrschende politische Klasse keine Lust hat, diese dramatischen Änderungen, die durch die Klimaforschung eben sozusagen von den Leuten abverlangt werden, politisch umzusetzen. Und nicht in dieser Zwickmühle zu sein, dass sie diese Maßnahmen eben nicht umsetzen wollen, weil die kosten nun mal und die bedeuten eine Umstellung für die Menschen in ihrem Konsumverhalten. Und die wollen nicht in dieser Zwickmühle sein, dass sie entweder schlechte Klimapolitik machen oder dass sie von den Menschen als Verbotsparteien beschimpft werden. So, das heißt, die gehen hin und da wird sowohl von der Politik als auch von der Industrie Einfluss genommen auf Klimaforschende, das Ganze zu verharmlosen. Und das sehen wir auch in den Messungen, dass die Prognosen immer niedriger ausfallen, als es dann tatsächlich in der Realität ist. Die Realität übertrifft die Prognosen immer. Das sehen wir zum Beispiel auch hier. Das sehe ich aber, habe ich aber genau entgegenteilige Informationen, dass die Modellierung regelmäßig die reale Temperaturentwicklung unterschätzt. Nein, das stimmt nicht. Also hier, das hier zum Beispiel, hat keiner vorhergesagt, dass es so schlimm werden wird, wie es jetzt gemessen wird, hat niemand vorhergesagt. Die Forschenden haben diese Messdaten gesehen, 20-23, 20-24 übertrifft die wieder. Die haben das hier gesehen und die haben gesagt, das kann nicht sein. Unsere Messinstrumente müssen kaputt sein. Das können nicht die tatsächlichen Messwerte sein. Das kann nicht sein. Kein Klimamodell, was wir zur Verfügung haben, hat das vorhergesagt. Kein einziges, was wir jetzt hier gerade messen. Dann haben die alles überprüft, haben überall die Wartungsarbeiten durchgeführt, haben geguckt, stimmt hier irgendwo was nicht, wie wir hier messen, Messinstrumenten und so weiter. Dann haben wir festgestellt, nee, alles in Ordnung. Die Messdaten sind korrekt. So, also mussten die Modelle falsch sein. Und die Modelle waren viel zu harmlos. Die Modelle haben eine viel zu positive Entwicklung prognostiziert, als wir hier sehen. Ein konkretes Beispiel ist die von Scientist Rebellion. Die haben das geleakt, dass jetzt im sechsten Sachstandsbericht vom IPCC das dort eben lobbyiert worden ist. Und die Plant-Based Diet, die dann eben drin stand im Bericht, wir müssen uns pflanzlich ernähren, weil das eben sehr viel Emissionen spart und Senken freisetzt und so weiter. Und da hat die Lobby und die Politik interveniert. Und dann wurde das geändert, wurde rausgestrichen. Und da, wo es noch steht, wurde es geändert von Plant-Based Diet in Sustainable Diet. Das Wort Plant-Based Diet kommt im ganzen Bericht nicht mehr vor. Und sie haben es zwar, also sie haben diese Sachen noch versteckt in den Grafen, in den Metriken. Da kann man das noch sehen, wenn man sich ein bisschen mit Statistik auskennt. Aber die Worte wurden rausgestrichen. Das heißt, es gibt eine ständige Verharmlosungstaktik der herrschenden Klasse, um die Klimamodelle so wenig dramatisch wie möglich darzustellen. Das Ganze wird flankiert von den Medien, die nur Klimaforschende einladen, die möglichst soft kommunizieren, also die möglichst das Problem herunterspielen, die den Leuten Beruhigungstabletten geben, die immer wieder sagen, ja, wir tun ja schon was. Es ist zwar nicht genug, aber wir tun ja was. Wir sind ja im Prinzip auf dem richtigen Weg. Also immer nur die gleichen, das sind immer so die gleichen drei, vier Leute, so multiplativ und so. Harald Lesch, seitdem er ein bisschen deutlicher kommuniziert, ein bisschen gerader heraus und ein bisschen mehr auf der Faktenbasis kommuniziert, wird er nicht mehr eingeladen. So, das ist so die, da gab es auch ein Interview zum Beispiel mit Maja Göpel, das ist auch eine Nachhaltigkeitsforscherin in Deutschland. Die hat gesagt, ich kann nicht sagen, wie es wirklich ist. Ich kann die Dramatik nicht deutlich machen. Wenn ich die Dramatik deutlich mache, dann fliege ich aus den Beratergremien raus und dann werde ich nirgendwo mehr eingeladen zum Interview. Ich kann, ich muss es verharmlosen. Sonst komme ich nicht mehr vor im Diskurs. Das ist die Realität. Das ist der Bias. Dann müssten ja die Skeptiker total überall die Bühne geboten werden, wenn das so ist. Nein, nein, nein. Also man will natürlich solche, also man kann natürlich nicht hingehen und so weit gehen und dann sagen hier, das hier gibt es nicht. Also das macht man dann doch nicht. Wenn man das könnte, man den Leuten das verkaufen könnte, ohne dass das dann sozusagen endgültig klar werden würde, die erzählen uns Scheiße. Wenn man das könnte, würden sie es tun. Dann würden sie den Leuten erzählen, das hier ist, das stimmt alles nicht. Gibt es ja auch. Also gerade von der Industrie, wenn man zum Beispiel guckt, wie Unternehmen argumentieren vor Gericht, wenn es um Klimaprozesse geht, VW zum Beispiel. VW vor Gericht sagt, die Klimakrise gibt es nicht. Die sagen, das hier gibt es nicht. Das tun sie vor Gericht, wenn es darum geht, dass sie Kompensationszahlungen machen müssen, weil sie Umweltzerstörungen, Klimagase überproportional in die Atmosphäre eingeleitet haben. Dann sagen sie, die gibt es nicht, die Klimaresen. Auch die großen Ölunternehmen sagen, die gibt es nicht. Also BP, Shell und so weiter, die sagen, es ist alles nicht so schwer, ist alles nicht so drastisch und letzten Endes sind die Profite wichtiger und die Wirtschaft ist wichtiger und so. Und das übernebt natürlich auch die Hersteller, auch die Grünen kommunizieren ja so. Selbst die Grünen kommunizieren so, dass die deutsche Wirtschafts- und Arbeitsplätze wichtiger sind als Klimaschutz. Also, weil niemand möchte den Leuten erzählen, so pass mal auf, Leute, wenn wir die Klimaforschung ernst nehmen, keine tierischen Produkte mehr essen, keine Fliegen mehr, Individualverkehr wird zurückgeschraubt und das möchte keiner den Leuten erzählen. Das heißt, es gibt ein großes Interesse der herrschenden Klasse daran, das Ganze zu verharmlosen. Und du wiederum, und das ist meine Kritik an dir, du spielst den da extrem in die Karten und alle Skeptiker spielen den extrem in die Karten. Und ihr seid diejenigen, wo so ein Olaf Scholz sich denkt, wow, geil. Geil, dass es den Wetzold gibt. Weil er genau mein Narrativ gibt. Geil, dass es den Neidern gibt, der endlich der politischen Linken austreibt, dass die Mehrheit der Bevölkerung auf, ich will mal sagen, sich was anderes einstellen sollte als Verarmung. Also das könnte ich dir genauso vorwerfen, dass ich sage, du machst doch nur die Arbeit der herrschenden Klasse. Nein, überhaupt nicht. Du redest der großen Bevölkerung, der Mehrheitbevölkerung ein, das, was ihr hinzunehmen habt, ist Verarmung. Ja? Nein. Das kann ich dir auch vorwerfen. Die Verarmung, die Verarmung hängt damit ja zusammen. Also die Klimakrise und Verarmung hängt ja zusammen. Und das eben auch das kapitalistische System ist natürlich maßgeblich. Und das kapitalistische System in seiner Logik ist eben so gestrickt, dass man das hier nicht wahrhaben möchte. Weil das hier ist etwas, was im kapitalistischen System keinen Platz hat. Und dass man den Planeten, die Ressourcen und die Menschen auf diesem Planeten immer weiter ausbeutet, ist ja gerade das Ziel der kapitalistischen herrschenden Klasse. Die möchten das ja genau also weiter treiben. Der CEO von BP und der CEO von Shell haben sich beide hingestellt und haben gesagt, Profite sind wichtiger als Umweltschutz. Das ist für uns immer Priorität. Nur mal, das haben die öffentlich gesagt. Die müssen das noch nicht mal mehr verschweigen. Und ihre Profite ist die Ausbeutung von dem, was uns allen gehört. Nämlich dieser Planet. Sie beuten das aus, was uns allen gehört. Die Umwelt, den Boden, die Luft, die Atmosphäre. Alles beuten sie aus, was ein Faktor von vielen dafür ist, dass die Menschen immer ärmer werden. Und das muss man benennen. Und das wiederum ist etwas, womit ich nie im Fernsehen auftreten werde. Weil das gefährlich ist für das System. Aber das ist die, das ist die Realität. Ja, aber wie gesagt, ich behaupte, dass du im Grunde genommen ein, also zumindest, ich will nicht sagen nur persönlich, aber das ist das, wo ich eine ganz destruktive Funktion auch vom Ökologismus sehe, dass er auf die Weise sehr leicht missbraucht werden kann, um der großen Mehrheit der Bevölkerung einzureden, ihr müsst den Gürtel enger schneiden. Ihr habt keine Ansprüche zu stellen. Wenn es gut rauskommt, bleibt der Wohlstand konstant, aber ansonsten müsst ihr was abgeben. Ja, aber wie messen wir denn Wohlstand? Das ist ja absurd, wie wir Wohlstand messen. Wir messen Wohlstand im Bruttoinlandsprodukt. Was wir haben, ist, dass seit etwa 1970 oder 1980 ungefähr wir eine Entkopplung von Produktivitätszusatz und Reallohnlöhnen haben. Genau. Das heißt, und das ist, das ist halt ein gigantischer Raubzug, würde ich mal sagen. Und auch eine, eine Ungerechtigkeit, die ich auch so benennen würde, weswegen ich, also das ist auch, das ist einer der Punkte, wo ich dann immer auch sage, da sind die Rechten auf dem ökonomischen Augen blind, ja, auch wenn ich vielen Lösungsstrategien der Linken sehr misstrauisch gegenüber bin, ja, aber das, da bin ich sozusagen, sage ich, da muss man auf beiden Augen sehen, an der Stelle, ne. und da kommt doch der, der Ökologismus zu Pass, um eben der dummen Masse zu erklären, ja, dass ihr arm seid, das geht jetzt um die, um die Rettung des Planeten, ja. Und da sind vielleicht auch die Interessen der Großindustrie, andere, das sind vielleicht auch die Interessen der Großindustrie, andere als die Interessen der Finanzindustrie beispielsweise. Guck mal, ich bin niemand, der sich hinstellt und sagt, ihr müsst jetzt, ähm, ihr müsst jetzt das alles, die Menschen müssen jetzt, sagen die, Gürtel enger schnallen und ihr seid jetzt schuld daran. Nein. Es ist natürlich ein, ein, ein System, was daran, was das Ganze befeuert und das besteht aus Politik, Industrie, und KonsumentInnen. Und die brauchen einander und bedingen einander auf verschiedene Art und Weise. Also, die Industrie beeinflusst KonsumentInnen durch Werbung und, äh, durch Lobbyismus beeinflussen sie die Politik, die Politik wiederum durch Entscheidungen und Gesetze beeinflusst die Industrie, die KonsumentInnen beeinflussen die Industrie durch Kaufentscheidungen und die Politik durch Wahlentscheidungen und so alle hängen miteinander zusammen. Das heißt, man kann nicht hingehen und sagen, ihr seid schuld, ihr müsst was ändern, aber, diejenigen, die die großen Hebel in der Hand haben, das sind natürlich die reichen Menschen, die denen die Unternehmen gehören und diejenigen, die in den Machtpositionen sind, die PolitikerInnen. Wobei ich sagen würde, dass die, die Kapitalisten noch den deutlich größeren Hebel in der Hand haben. Das heißt, die müssen auch primär kritisiert werden. Dennoch sage ich, wenn wir als KonsumentInnen weiter blind hinterherlaufen und alles konsumieren, was sie uns vorsetzen und ihr Spielchen mitspielen, dann haben sie keinen Grund, irgendwas an den Spielregeln zu ändern. Das heißt, wir müssen hingehen und sagen, fickt euch, wir fressen euer Fleisch nicht mehr. Fickt euch, wir konsumieren die Scheiße, die ihr uns erzählt, dass wir sie brauchen, konsumieren wir nicht mehr. Wir konsumieren jetzt anders. Wir setzen die Prioritäten anders. Und das erzeugt Druck auf. Das heißt aber nicht zwingend weniger. Das heißt, dass man beispielsweise mehr regional sich versorgt, etc. Nein, das heißt weniger. Natürlich heißt das weniger, aber weniger ist ja nicht gleich, dass man dann ärmer ist. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel vegan lebe, dann fallen ganz viele Produkte für mich weg, die ich nicht mehr essen kann. Also, so, aber dann habe ich de facto weniger zur Auswahl. Weniger Auswahl, bedeutet aber nicht mehr Armut, weil ich kann ja immer noch mich gesund bedarfsdecken und lecker ernähren und sogar Geld dabei sparen, wenn ich vegan lebe. Und dann habe ich sozusagen Verzicht gemacht, weil ich diese ganzen Sachen nicht mehr konsumiere, habe aber im Prinzip an meinem Lebensstandard nichts geändert. Mir geht es ja immer noch prächtig und ich ernähre mich großartig und mir geht es gut. Also, weißt du, also, und trotzdem, das würde aber, wenn alle das tun würden, würde das natürlich einen heftigen Einbruch im Bruttoinlandsprodukt bedeuten. Dann würden aber alle, also, wenn ich mal in einem Gedankenexperiment, alle würden jetzt vegan werden in Deutschland, so, dann würde, dann würde, dann würde, dann würde, dann würde, dann würden die Menschen gesund leben, gesünder leben, günstiger leben, würden, ähm, hätten immer noch alles zur Verfügung, was sie essen wollen, aber das Bruttoinlandsprodukt würde einbrechen, weil wir die ineffiziente Tierindustrie nicht mehr haben. Also, unsere Metrik von Wohlstand ist ja dumm, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Straße gehe und ich zünde irgendein Auto an, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt. Also, unsere Logik von Wohlstand ist, Dinge müssen kaputt gehen, damit sie, damit der Konsumkreislauf angekurbelt wird. Deswegen wir ja mittlerweile alle möglichen Elektrogeräte haben, die nach zwei Jahren kaputt gehen. Ja, okay, aber das ist jetzt, da kommen wir jetzt ein bisschen weg vom Thema. Also, ich wollte nur darauf hinweisen, dass eben, äh, meines Erachtens da ein großes Objekt, auch was die UNO selbst anbelangt, die UNO hat natürlich ein Interesse daran, sich mit Klimapolitik zu profilieren, ja, weil das sozusagen eines der großen Felder ist, wo sie ihre Rechtfertigung auch herzieht, ja, weil, ich meine, Frieden schaffen ist halt nicht so angenehm für die UNO oder weil sie da relativ wenig zu sagen hat, da geht es nun mal ohne USA etc. nicht, ja, da kann sie sich also nicht so, 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 ähm, ich will mal sagen, so PR-technisch gut aufstellen, um sich da, hat auch nicht viele Erfolge vorzuweisen, gerade in den letzten Jahren, das ist ja peinlich, was von der UNO kommt, ja, also da, sie hat ja nicht wirklich was gerissen, was jetzt Ukraine oder in Gazastreifen anbelangt, ist ja doch eher ein zahnloser Tiger, ne, gut, ich würde jetzt aber doch noch mal gerne, ich wollte nur eine Sache, eine Sache noch sagen zu dem Armutsthema, wenn wir sozusagen in dieser Utopie leben würden, wo wir eine Gemeinschaft, äh, eine Gemeinwohlökonomie haben, wo wir erneuerbaren Strom haben, wo wir uns pflanzlich ernähren, würden, würde es den Menschen, dann gäbe es keinen Grund mehr für Armut, also es gäbe einfach, weil alles, ne, sehr viel effizienter wäre und, äh, ähm, man, man viel weniger Fläche bräuchte, um eine Kilokalorie herzustellen, weil man die Kilowattstunde Strom für ein Fünftel oder wird ja jetzt auch immer effizienter, in Zukunft vielleicht sogar für ein Sechstel des Preises herstellen kann, wie wir den noch vor zehn Jahren gehabt haben und, das heißt, Armutbekämpfung funktioniert, indem wir das System und die Logik des Systems und innerhalb, die innerhalb der Logik des Systems verankerte fossile Logik kritisieren. Aber das hat nichts damit zu tun, warum sich, ähm, Produktivitätszuwachs und Reallohn entkoppelt hat vor 50 Jahren. Das sind meines Erachtens andere Gründe, also, äh, damit wird man nicht alles, alle Probleme beheben können, mit dem, was du sagst. Ne, also, äh, alle Probleme behebt überhaupt nichts, ne, es gibt nichts, was alle Probleme behebt, aber, ähm, innerhalb der kapitalistischen Logik funktioniert das eben nicht. Gut, jetzt, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht so auf diese Kapitalismus-Sache zu sehr eingehen, weil das ja nicht das eigentliche Thema ist, ne, da könnte man auch noch mal drüber sprechen, aber das ist jetzt nicht heute das, was wir uns vornemen. Ich würde noch gerne ein paar Gedanken loswerden wollen. Ähm, das Erste ist, was eigentlich der Kern meiner wissenschaftlichen Kritik überhaupt ist, ja, ähm, die Hauptargumente habe ich noch gar nicht genannt. Also, ich habe ja gesagt, dass die, die Aussage, dass eben, ähm, Planet ohne Atmosphäre im Mittel die Gleichgewichtstemperatur, dass die Aussage einfach falsch ist, was ja einfach auch schon durch den Mond belegt wird, weil beim Mond habe ich da einen Unterschied von 50 Grad zwischen der Gleichgewichtstemperatur und der mittleren Temperatur, ja, also, es ist, es ist einfach Bullshit, das zu erzählen. Ja, aber der Mond ist ein Trabant, der ist 80 Mal kleiner als die Erde und der dreht sich um die Erde, das heißt, der ist, der ist, nee, ist nicht egal, weil der ja auch regelmäßig, ähm, also, den Abstand zur Sonne ändert und, äh, von der Erde sehr stark beeinflusst wird und so. die Solare Konstante ist praktisch konstant, die gleiche wie von der Erde und die Argumente, es gibt keinen kategorialen, also, ob das jetzt an den Planeten gebunden ist oder nicht, macht ja für die thermodynamische Argumentation oder nicht. Okay, aber das haben wir ja alles schon durchgesprochen, also, was ist dein nächstes Ergument? Das ist auch gerade das Entscheidende. Das Entscheidende ist folgende, dass du nicht für die Erdoberfläche, die das Stefan-Boltzmann-Gesetz beanspruchen darfst, du kannst es nicht anwenden auf die Erdoberfläche, also auf die Gesteinsoberfläche, weil, äh, das System elektromagnetische Strahlung plus, plus, reale Oberfläche, also Gesteins- abgeschlossenes System. Es ist ein offenes System, das ist das eine und zweitens ist diese Oberfläche nicht exklusiv der Ort der Absorption und Reemission, ja, das heißt, diese Erdoberfläche ist nicht eigentlich die Oberfläche eines schwarzen Strahlers. Ja, das ist ja auch in der Klimaforschung bekannt. Und, sondern das, ja, aber dann, aber dann, das, das System, was du näherungsweise als Oberfläche nehmen kannst, ist die Troposphäre, ja, und dann musst du die mittlere Temperatur der Troposphäre mit der Stefan-Boltzmann-Temperatur in Beziehung bringen und dann sind das keine 33 Grad mehr, sondern etwa 3 Grad, habe ich mal ungefähr abgeschätzt, ja, weil, weil, und die Temperaturverteilung innerhalb der Troposphäre ist im Wesentlichen ein Resultat des Adiabatengesetzes, ja, das ist die adiabatische Schichtung der Atmosphäre und die Temperatur auf der Oberfläche wird wesentlich auch durch den Druck verursacht und das weiß die Klimatologie im Prinzip auch, ja, denn es wird ja mitunter als Argument ins Feld geführt, aber in der, in der Herleitung für die, für die Klimawirksamkeit der Treibhausgase fehlt diese Überlegung vollständig, ja, welchen Anteil hier der, der Druck an der Oberflächentemperatur hat, ja. Ja, aber guck mal, die Oberflächentemperatur durch den Luftdruck ist ja konstant, also der Luftdruck ändert sich ja nicht großartig. Wir haben so und so viel Atmosphäre und dann haben wir den Luftdruck, nicht großartig. Also wir haben, wir reden ja hier über Anomalien und die, dafür ist ja das, diese Konstante des Luftdrucks ja wurscht. Aber die Frage ist, welchen Anteil hat an der Oberflächentemperatur, an der höheren, also welchen Anteil hat an der erhöhten Oberflächentemperatur über diese Minus, über die Gleichgewicht Natur, welchen Anteil hat daran die Treibhausgase, ja, und im Standardmodell sagt man eben, das sind diese 33 Grad kommen durch diese Treibhausgase zustande. Und ich sage, was ist der Anteil des Drucks? Das muss man mit einrechnen, darüber wird sich überhaupt nicht Rechenschaft abgeben. Also hier sieht man das, den Anteil an der Klimaerwärmung, das ist eben da links, das ist hier, also das ist CO2 und dann neben Methan und dann haben wir halt noch so Sachen wie Lachgas und so, also ja. Wasserdampf ist doch das größte Treibhausgas. Wasserdampf ist im Prinzip das größte Treibhausgas, aber da können wir ja nichts dran ändern. Also Wasserdampf, wir können höchstens irgendwie hingehen und so Aluminium in die Wolken reinpacken, um den Wasserdampf in der Atmosphäre zu verringern, aber daran können wir nichts ändern und das ist ja auch eines der Probleme, wenn durch den Eintrag von Treibhausgasen in die Atmosphäre die Temperatur steigt, dann haben wir auch mehr Wasserdampf in der Atmosphäre und dann kann die Luft mehr Wasser aufnehmen, was dann wiederum dazu führt, dass es noch wärmer wird. Das ist dieser Wasser, dieser Hebel, möchte ich auch noch gleich drauf zu sprechen kommen, aber wie gesagt, man kann die Erdoberfläche und die elektromagnetische Strahlung nicht wie ein System behandeln, auf das man das Stefan-Boltzmann-Gesetz anwenden kann, sondern man muss die, alles, das kleinste System, was ich akzeptieren kann als Näherung, ist die Troposphäre als Ganzes und dann muss man die mittlere Temperatur der Troposphäre betrachten, das sind etwa, ich hab's mal so daumenmäßig Ja, aber du redest ja die ganze Zeit über diese, 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 ja okay, diese 33 Grad, ne? Ja, ja, so, ja, wen juckt's? Also wir haben, wir haben jetzt hier, wir haben, wir haben jetzt hier, die, äh, wo hab ich's? Äh, Hier die Messung, so, ist mir doch scheißegal, was Stefan-Boltzmann-Gesetz und so weiter sagt, hier sieht man die Durchschnittstemperaturen und dann sieht man hier, okay, es geht nach oben, ne? Ja, warum auch immer, ja? Aber was ist, wenn die CO2 auf die Tür Wegen, wegen den Treibhausgasen, das ist sehr, sehr, also das ist wirklich, da sagt, da sagt auch der IPCC-Bericht direkt in der Einleitung, also ganz am Anfang, das ist unstrittig, also da gibt es keine Diskussion drüber, das liegt an den Menschen gemachten Treibhausgasen. Also die sind ja überall, sagen die so, ja, okay, ne, das ist hier so, very high confidence, high confidence, low confidence und so weiter, bei allen möglichen Dingen, da sagen sie, das ist unstrittig, dass es die Treibhausgase sind. Das ist das Gült. Ja, aber dann, dann erklär mir mal, warum auf dem Mount Everest die mittlere Temperatur selbst im wärmsten Monat unter der Gleichgewichtstemperatur liegt. Ja, guck mal, das sind dann so einzelne Messpunkte, ich habe keine Ahnung vom Mount Everest so, aber wir reden ja hier über ein globales Klimasystem. Ich will kein Cherrypicking betreiben, wo ich mir einen Messpunkt angucke und dann da eine Abweichung vom Rest des Planeten habe und das soll irgendwas erklären. Das ist ja wissenschaftlich unredlich, zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt hier diesen einen Punkt an und da ist es irgendwie anders. Okay, dann schauen wir, dann schauen wir in die Klimageschichte, ja, die letzten 500, oder, na, für 500 Millionen Jahre im Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2, ja, du hast ja alle möglichen Verläufe, du hast schon zehnmal so viel CO2 in der Atmosphäre gehabt und wenn du dir das anschaust, die mittlere Temperatur mit dem CO2-Gehalt, das sind alle möglichen Zusammenhänge, aber eine direkte Proportionalität kann man da nicht ablesen aus der Klimageschichte, ja. Doch. Was wir haben ist, wir haben ja auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen, dass sozusagen höhere Temperatur mehr CO2 produziert, dass halt also die Meere ausgasen, das hat man, diesen Zusammenhang, definitiv, aber den umgekehrten Zusammenhang? Wie gesagt, also wenn ich das, wenn ich das nach meinem physikalischen Verständnis redlich abschätze, dann muss ich die Erdoberfläche nehmen, ja, also die Troposphäre als Oberfläche der Erde und dann komme ich auf einen Treibhausgas in Summe von etwa drei Grad und nicht von 33 Grad, ja. Ja, wie gesagt, ich habe ja hier auch die, 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 Modellierung der, der NASA, wenn das CO2, wenn man das streicht aus der Atmosphäre, dann haben wir ja eine Schneekugel, also das hatten wir ja auch in der Erdgeschichte schon mal, dass wir, dass wir einen komplett eingefrorenen Planeten hatten und das würde halt passieren, wenn kein CO2 mehr in der Atmosphäre ist. Also das mit drei Grad passt hier nicht zu dem Modell, überhaupt nicht. Ja, aber wie gesagt, man wird auch in dieses Modell schon die Prämisse der großen, Klimawirksamkeit der Treibhausgase mit eingebracht haben, ja. Davon gehe ich zumindest aus. Man kann ja keine Modellierung nur auf Grundlage der Schrödinger Gleichung machen. Aber was meinst du jetzt, also wie, wie kommst du drauf, dass die, dass CO2 jetzt nicht so klimawirksam ist? Weil die Oberflächentemperatur der Erde im Sinne des Stefan Boltzmann, also die Oberfläche im Sinne des Stefan Boltzmanns Kannst du es bitte ohne Stefan Boltzmann erklären? Warum ist... Das ist aber auch so die Grundlage. Niemand hier, der hier zuhört, kennt das Stefan-Boltzmann-Gesetz. Fucking niemand. So. Du musst es erklären ohne das Stefan-Boltzmann-Gesetz. So. Ja, aber dann nimmst du mir die physikalischen Grundlagen unter denen. Ja, du bist halt hier in einem Diskurs und müssen wir das populär und wissenschaftlich hier machen. Du musst es halt ohne das erklären können. Ich meine, dass Luftdruck Temperatur erzeugt. Das ist ja bekannt. Ja, wir haben ja den Zusammenhang. Ja, das hatten wir ja schon. Luftdruck ist konstant. Wir haben so und so viel Atmosphäre und... Genau. Und dass man diese... Dass man damit auch die erhöhte Erdoberflächentemperatur mit erklären kann. Aber wie denn? Wenn wir doch nur so und so viel Atmosphäre... Dann müssten wir ja mehr Atmosphäre dazu bekommen, damit der Luftdruck netto steigt. Nein, das geht erstmal... Es geht erstmal um die Tatsache, dass wir... Dass wir... Na, also... Am Oberrand der Troposphäre habe ich etwa minus 50 Grad, ja. Und am Unterrand etwa plus 15 Grad, ja. Das ist etwa... Man kann sagen, man ist am Oberrand der Troposphäre etwa das unterhalb der Gleichgewichtstemperatur, was man an der Erdoberfläche oberhalb der Gleichgewichtstemperatur ist, ja. Und das hat aber nichts mit Treibhausgasen zu tun. So, hier... Hier haben wir... Hier haben wir die, ähm... Höhe, ne? Also in Kilometern. Und, äh... Da sehen wir einmal global und einmal in den Tropen. Und, äh... Die... Die, äh... Entwicklung 2007 bis 2018. Und da sehen wir, dass je höher wir kommen, ne? Desto kälter... Also das... Da wird es kälter. Also die... Die... Es wird... Ne? Insgesamt kälter. Und je tiefer wir kommen, äh... Nimmt die... Die Temperatur zu. Also das, was man vom Treibhauseffekt her erwarten würde. Es wird mehr absorbiert, ne? Also die... Das Infrarotlicht, das Wärmelicht wird mehr absorbiert. Das heißt, in den unteren Bereichen der... Der, ähm... Atmosphäre wird es wärmer. In den oberen Bereichen, wo sozusagen das... Das... Das Lichtphoton, äh... Oder das, ne? Wo das nicht mehr hinkommt, weil es vorher absorbiert worden wird, durch mehr Treibhausgase in der Atmosphäre, äh... Wird es kälter. Also das zeigt genau das, was man erwartet. Und was... In den hohen Luftschichten wird es kälter, in den niedrigen Luftschichten wird es wärmer. Ja. Weil, äh... Also fast die gesamte Wärmestrahlung kommt, äh... Also wird eingetragen, äh... In die Atmosphäre und, ähm... Nur ein geringer Teil geht wieder zurück ins Weltall. Und es wird eben immer mehr absorbiert. Also es wird immer mehr absorbiert in... In den niedrigen Luftschichten. Dadurch wird es da wärmer. Und weil es absorbiert wird und nicht mehr in die hohen Luftschichten kommt, wird es da kälter. Das sieht man hier. Moment, äh... Ja, könntest du mir das noch mal erläutern, was man da genau sieht? Das sind... Die... Was sind die... Was ist die Legende? Äh... Also... Das sind, ähm... Verschiedene Messungen und... Dann ist es letzten Endes ist es die... Die, äh... Temperatur... Also das, äh... Hier auf der, ähm... Auf der Y-Achse ist die Höhe eingetragen. Also die Höhe. Hier ist, äh... Hier ist sozusagen keine Temperaturveränderung. Also null Temperaturveränderung. Hier es wird wärmer. Also rechts hier, äh... Bis ein Grad wärmer. Und links, es wird kälter bis ein Grad. So, und dann sieht man, je höher wir kommen, desto kälter wird es. Also, äh... Also die Anomalie. Also es wird... Äh... Kälter als, äh... Also 2018 ist es kälter zweit, äh... In... In hohen Luftschichten als 2007. In den unteren Luftschichten ist es wärmer als 2007. Also 2007 ist die Null. Was das ist, was man... Also hier wird ja dann auch das meiste absorbiert ungefähr in der Höhe hier, ne? Wird das meiste absorbiert. Deswegen ist hier auch die höchste Temperatursteigerung zu, zu erkennen. Also das ist genau das, was man erwartet, äh... Beim Standardmodell des Treibhauseffekts. Und durch den, 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 den Mehreintrag an, äh... Kohlendioxid, äh... Kohlendioxid und, äh... Methan und, und anderen Treibhausgase in die Atmosphäre. Und das zeigt die Messung hier. Also du, also, äh... Das heißt 2007 ist die Null, oder wie? Äh... 2007 ist im Prinzip Null, ja. Und was sind die unterschiedlichen Graphen? Was sind das? Äh... Die unterschiedlichen Farben? Äh... Das müsste hier irgendwo erklärt sein. Das sind verschiedene, äh... Datasets auf, äh... Radiosons, ne? Also verschiedene, äh... Datensätze sozusagen. Die aber alle ungefähr das Gleiche zeigen. Ja, also die sind ja alle relativ ähnlich. Ja, okay. Okay, aber ja... Gut, das kann ich erstmal hinnehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sag ja, ich sag ja auch nicht, dass es überhaupt keinen Treibhausgaseffekt gibt. Ja, das sag ich ja nicht. Ja, weil die... Qualitativ ist die Physik natürlich zutreffend. Aber die Frage ist, wie groß ist der Gesamteffekt? Ja, das ist ja die Frage. Ja, das beantwortet der IPCC hier. Äh... Ähm... Hier haben wir verschiedene Szenarien, je nachdem, wie welche politischen Maßnahmen ergriffen werden. Derzeit sind wir hier auf diesem, äh... SSP... 5-Kurs. Das ist das, wo wir unterwegs sind. Und, äh... Das sagt, äh... Eben, dass wir, äh... Bis, äh... 2100 ungefähr, äh... 4,5 bis 5 Grad Erwärmung haben werden. Durchschnittstemperatur. Ja, aber wie gesagt, dass... Die Grundannahme ist, dass die gesamte Abweichung der Oberflächentemperatur der Erde von der Gleichgewichtstemperatur ausschließlich durch die Treibhausgase zustande kommt. Nee, nicht ausschließlich. Es gibt ja auch andere Faktoren, wie zum Beispiel Sonnenintensität, äh... Melankovic-Zyklen... Moment, wenn man mal Sonnenintensität, das hat aber nichts zu tun. Wenn es um die gleiche Wechtstemperatur, dann geht das doch die Solare... Nee, um die Erwärmung. Mir geht es um die Erwärmung. Das geht doch... Du meinst die Abweichung, du meinst die Schwankung der Sonnenintensität. Das hat aber ja nichts mit dem Argument zu tun. So, ja, aber das hat auch einen Einfluss auf die Erwärmung. Also auf das hier, ne? Ja, natürlich. Auf die Anomalien sozusagen. Auf die Anomalien, genau. Ja, genau. So, aber der Einfluss von diesen anderen Faktoren ist halt zu vernachlässigen, weil er halt verschwindend gering ist. Also ich habe das ja eben, ich habe das ja eben gezeigt hier, äh... Vom Moment, wo ist... Äh... Äh... Nach meinem Verständnis ist die Oberflächen der Temperatur der Erde nur um drei Grad höher als die Gleichgewichtstemperatur. Und das... Und entsprechend kann auch nur die Wirksamkeit der Treibhausgase sein. Und das ist für mich auch aus folgendem Grund plausibel, weil es gibt ja einen anderen Effekt, der relativ ähnlich auch diesem Treibhausgaseffekt ist. Das ist nämlich die, ähm... Die, äh... Verzögerte Abkühlung nachts, wenn es bewölkt ist. Ja, das ist eigentlich ein ganz ähnlicher Effekt zum Treibhausgaseffekt, ja. Ja, aber hier sieht man es ja. Also das ist die gemessene Erwärmung und das sind die Contributions, äh, die menschlich gemacht... Ja, aber das sind ja... Das ist ja... Man kann die ja nicht direkt... Das ist wirklich sehr, sehr eindeutig. Man kann die ja nicht... Man kann die ja nicht direkt messen. Doch? Ich kann nicht direkt messen, welchen Anteil hat das CO2 an der Erwärmung. Das kann ich ja nicht messen. Aber ich kann... Ich kann messen, an der Atmosphäre hat sich nichts verändert, außer der Eintrag der Klimagase durch den Menschen. Und dann kann ich, äh... Dann kann ich die Erwärmung messen und ich kann die erwartete Erwärmung durch den Eintrag der menschlichen Klimagase messen und dann packe ich die beiden Graphen nebeneinander und dann sehe ich, holy shit, die sind ja identisch. Du hast also eine Korrelation praktisch zwischen dem Eintrag der Klimagase und der Erwärmung. Genau. Ja, aber das ist keine Kausalität. Na, erstmal nicht, ne? Aber die Kausalität kommt dann halt dadurch zustande, dass man den Treibhauseffekt ganz gut verstanden hat. Und der erklärt die Kausalität. Wie gesagt, mir fehlt bei der Plausibilisierung, welchen Anteil an der Oberflächentemperatur, also dort, wo ich drauf stehe, Erdoberfläche, der Temperatur auf der Erde hat der Druck. Ja, der Luftdruck von einem Bar. Und die Klimatologie weiß auch, dass der Luftdruck Temperatur macht. Es gibt, also es gibt in einem anderen Zusammenhang, wird damit ja auch argumentiert, es ist relativ lange vermutet worden, dass man den, die sogenannte, wie nennt man das, das Paradoxon der kalten, alten kalten Sonne, ja, durch erhöhter Atmosphärendruck lösen kann. Ja, also man hat ja das Problem, das ist ein klimahistorisches Problem, das bis heute ungeklärt ist, weil nach der Theorie der Sonnenentwicklung wird, müsste die alte Sonne viel kälter gewesen sein. Ja, wir wissen aber, dass wir seit vier Milliarden Jahren flüssiges Wasser haben. Das ist bis heute nicht verstanden, warum das überhaupt so ist. Und es gab mal relativ lange Zeit eine Hypothese, dass man gesagt hat, naja, das ist, früher war einfach die Atmosphäre dichter, da haben wir was weiß ich, zwei oder drei Bar gehabt und deswegen war es wärmer. Ja, also die, gilt das als widerlegt, aber dass man das überhaupt sehr lange dieses Argument auch angeführt hat, zeigt, dass auch die Klimatologie weiß, dass beispielsweise ein, wenn wir ja einen Atmosphärendruck von zwei Bar hätten, wäre es auch sehr viel wärmer auf der Erde. Haben wir aber nicht, wir haben so und so viel Druck und also die, warum es mal Eiszeiten gegeben hat oder warum auch mal die Erde eisfrei gewesen ist, in der Erdgeschichte liegt eine Milankovic-Zücken. Also die Milankovic-Zyklen. Das sind die Eiszeiten. Das sind die Eiszeiten. Ja, Eiszeiten oder auch Warmzeiten, also wo es dann wirklich sehr warm auf der Erde gewesen ist, wo wir sehr viel CO2 auf der Atmosphäre gehabt haben. Das ist nicht nur Milankovic-Zyklen. Hauptsächlich. Also die Milankovic-Zyklen stoßen gewisse Kaskadeneffekte an. Also das ist die, 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 die Lehrmeinung in der Klimaforschung. Die Milankovic-Zyklen stoßen gewisse Kaskadeneffekte an. Wenn dann zum Beispiel, also Milankovic-Zyklen für den Chat, bedeutet, die Erde ist kein, sozusagen, kein Planet, der jetzt irgendwie fest um die Sonne kreist, sondern es gibt gewisse, also sowohl in der Erdachse gibt es Schwankungen, dass die Erde in der Erdachse sich verändert, als auch im Sonnenabstand sich verändert. Und diese Milankovic-Zyklen, die laufen über sehr, sehr lange Zeiträume. Also da reden wir über Zeiträume von 40.000 Jahren ungefähr. Wo, wo dann sozusagen der Erdabstand zur Sonne und die, die, die Neigung der, der Erdachse sich so derart ändert, dass, äh, gewisse Effekte angestoßen werden und, äh, dann zum Beispiel auch eine komplett eingefrorene Erde plötzlich wieder auftaut und dann durch, äh, Kaskadeneffekte, wie zum Beispiel den Auftauen des Permafrostbodens, dann wird wieder CO2 und Methan in die Atmosphäre eingetragen. Dann, äh, verstärken sich diese Effekte und plötzlich, äh, ist die Eiszeit zu Ende. So, das heißt, das, äh, ist das, was, was da, was dazu führt, letzten Endes. Was sozusagen den Kicks sagen. Wobei, da muss man noch zwei Sachen unterscheiden. Das eine, das eine sind die Melankovitsch-Zyklen, das andere ist natürlich die, äh, ist die Verteilung der, der, der Kontinentalmassen auf der Erde. Also, man muss unterscheiden zwischen Eiszeit und Eiszeitalter. Ja, ja, das stimmt. Also, äh, es ist ja die meisten, die meiste Zeit in der Klimageschichte gab es ja gar keine vereisten Pole, ja. Und das liegt hauptsächlich an der, an der Verteilung der Landmasse. Das heißt, je mehr Kontinentalmasse in Polennähe ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Pole vereisen. Und da wir eben nur so, was weiß ich, äh. Ja, ja, ja. Aber das ist ja auch, also, guck mal, das ist ja, das ist ja, das ist ja Millionen Jahre her und so, dass, das, ja, ja, nicht mehr für heutige Klimamodelle so. Also, also, also akzeptierst du denn den Umstand, dass, äh, CO2, äh, Infrarotstrahlung absorbiert und dass mehr CO2 in der Atmosphäre zu mehr... Ja, qualitativ ist das alles richtig. Ne, also lass mich mal kurz, bitte, ich würde, würde mich interessieren, akzeptierst du den Umstand, dass CO2, äh, Infrarotstrahlung absorbiert und akzeptierst du den Umstand, dass mehr CO2 in der Atmosphäre zu mehr Absorption von CO2, äh, von, von Infrarotstrahlung führt, also zu einer Erwärmung? Ja. Akzeptierst du das? Also, ich muss nicht, dass ich, im Prinzip, akzeptiere ich das, ich muss nicht in einem Punkt... Ja, dann hast du ja den Treibhausgaseffekt akzeptiert. Es ist nicht, es ist vielmehr eine verzögerte Abstrahlung, das ist es, ja, es ist eine verzögerte Abstrahlung, ja, durch, dadurch, dass in bestimmten Frequenzbereichen dann für, für das Infrarotstrahlung die Atmosphäre intransparent ist, ja, das akzeptiere ich, also es ist kein... Ja, dann hast du auch den Treibhausgaseffekt akzeptiert, dann weiß ich nicht, wo wir... Qualitativ, ja, aber die Frage ist, was ist die Größenordnung von diesem Effekt und ist er schon in Sättigung oder nicht? Das ist noch die Frage. Was heißt Sättigung? Ja, dass man, dass halt die, also die, 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 die Hauptabsorptionsbande sind ja schon, also dadurch, die sind ja schon intransparent sozusagen, ja. Das heißt, was man durch mehr CO2-Effekt, man hat ja einen Effekt an den Flanken der Absorptionsbanden, der ist halt, sagen es, Kritiker und Skeptiker ist halt nicht so groß, also im Grunde genommen werden durch 20 ppm schon 80% des Treibhauseffekts gemacht, sodass also mehr Antrag an CO2 dann gar nicht so viel Auswirkung hat. Du beziehst dich wahrscheinlich auf das hier, ne? Ja, weiß ich nicht. Obwohl, nee, 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 warte, das ist, das ist was anderes, äh, nee, nee, wo ist es? Hier, Sättigung der Absorptionsbanden. Dieses Papier von der Bundesregierung, ne? Wo, wo das steht? Nee, das heißt es nicht, das ist, du spielst nicht da drauf, aber das ist ein allgemein gängiges Argument. Ja, aber es ist eben falsch. Also, weil, also die, ja, also Flankenbereiche, was heißt, was heißt Flankenbereiche, äh, bedeutet für den Chat, ähm, man geht davon aus, also das ist, das ist eine theoretische Geschichte, man hat das theoretisch überlegt und hat gesagt, okay, CO2 in einem Gewinn, äh, Spektrum ist gesättigt, das heißt, alles, also wenn, wenn jetzt ein, wenn jetzt ein, ein, ein Photon, ein, ein, ein Infrarot, Photon im, im, also, ne, im Infrarotbereich, äh, abgestraft wird von der Erde zurück Richtung Weltall, dann wird es zu 100% absorbiert werden vom, vom CO2. Weil so viel CO2 in der Atmosphäre ist, dass das Photon keine Chance hat, ungehindert wieder zurück in, äh, ins Weltall zu kommen. Ja, wobei man dazu sagen muss, ist, es ist gerade, dieses CO2 kann nicht dauerhaft eine Abstrahlung verhindern, das geht nicht. Es ist nur eine Verzögerung der Abstrahlung. Dauerhaft geht das nicht, ja, weil auch die Wärme ja, es geht, also, es geht, was meinst du mit Verzögerung der Abstrahlung? Ja, es ist im Grunde genommen ähnlich wie, also, ich meine, der Effekt ist ja bekannt, dass bewölkte Nächte Wärme sind als klare Nächte. Ne, der Effekt ist ja bekannt. Ja. Und das liegt einfach da dran, dass halt, wenn wir Bewirkung haben, wir eine breitbandige Abstrahlungsbarriere haben, nämlich die Wolken. Ja. Man kann durch die Wolken nicht durchsehen und das ist ein breitbandiger Effekt, der ist also sozusagen in allen Frequenzbereichen vorhanden, anders als bei dem Treibhausgaseffekt, der immer nur bei bestimmten Resonanzen sozusagen vorhanden ist. Ja, aber der Wasserdampf ist ja auch ein Treibhausgas, ne? Ja, Wasserdampf ist auch, aber Wasserdampf ist auch der breitbandigste, das ist auch das breitbandigste Treibhausgas. Genau, also da geht nichts zurück, aber jetzt, die Theorie ist, hier. Aber auch Wolken können nicht verhindern, dass dauerhaft, also wenn jetzt sozusagen die Sonne nie mehr ausginge, würde auch bei Bewölkung natürlich es irgendwann bei uns 4 Kelvin haben, ja. So. Das verzögert nur die Abstrahlung, ne? Mhm. Also. Es verhindert sie nicht dauerhaft. Ja, das ist keine absolute Thermoskanie. Weil das ist ja ein Skeptiker-Argument, was du gerade debunkst, ne? Was? Du debunkst ja? Ja, das ist aber auch falsch, das ist falsch, aber es ist eine verzögerte Abstrahlung, also es ist nicht so, dass man das, es ist, es ist etwas auch Falsches, ein falsches Skeptiker-Argument ist auch im zweiten Hauptsatz zu argumentieren, weil es ja sowieso ein Ungleichgewichtsphänomen ist und keine Gleichgewichtsphänomen. Also ich sage ja nicht, dass alle Skeptiker-Argumente richtig sind. Ja, aber das, also du sagst schon, dass diese Sättigung hier, die ist da, das heißt, das CO2 abseits der Banden, also Banden hier, sozusagen hier wird davon ausgegangen, nur hier gibt es sozusagen durch mehr CO2-Eintrag in der Atmosphäre noch mehr Absorption, Absorptionspotenzial, während hier sozusagen alles schon gesättigt ist, das hier wird 100% absorbiert, aber hier gibt es noch Potenziale. Das würde schon sagen, dass das richtig ist, oder wie? Also das ist zumindest ein Argument, das ja auch ins Feld geführt wird. Genau, das ist aber falsch. Das ist der Nähe-Eintrag und warum? Du kannst natürlich mit verschiedenen Luftschichten argumentieren und sagen, dass das sozusagen, ja, also warum? Ja, hier sieht man es. Also das würde ja bedeuten, dass in diesem Wellenlängenbereich, hier, müsste ja das CO2 100% absorbieren, tut es aber nicht. Also wir sehen ja, hier ist absorbiert zwar, hier sieht man den Dip, das heißt, das absorbiert ziemlich viel, aber nicht alles. Das heißt, hier gibt es, glaube ich, das ist, glaube ich, jetzt die Erde von außen betrachtet. Ja, oder? Ist es nicht das Frequenzspitzen der Erde von außen? Ja, man guckt sozusagen, wie viel der, der eingetragenen Wärmestrahlung wird absorbiert und wie viel geht zurück in die, in die Atmosphäre. Also das, was wir hier sehen, ist das, was absorbiert wird. Ähm, und hier sieht man, hier sieht man, äh, sozusagen, also hier wird sehr, sehr viel absorbiert, hier geht sehr wenig zurück in die Atmosphäre, hier sieht man, hier geht viel in die Atmosphäre zurück. Dann in diesem Frequenzbereich von CO2 geht wenig zurück in die Atmosphäre, also weniger, ne, aber nicht, wie die Skeptiker sagen, 100%. Also wenn 100% Absorption ist, dann müsste hier ein Frequenzbereich sein, wo die zurückgestrahlte Wärmestrahlung Null ist in diesem Frequenzbereich, wenn der zu 100% gesättigt ist. Das geben die Messungen aber nicht her. Und das liegt daran, dass die, gut, aber wenn das, wenn du das, das ist, was ist das jetzt für ein Spektrum genau? Ist das praktisch die, 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 die Wärme, das Wärmespektrum der Erde aus dem Wellen? Hier unten sieht man die, die Wellenlänge, die, ne, Mikrometer. Also das ist, dass das ein, das ist ein, Infrarotspektrum ist, was prinzipiell durch Stefan, also durch, durch, durch Planck's Strahlungsgesetz definiert, das sehe ich auch. Genau. Aber was ist das genau? Ist es die, ist es praktisch das Spektrum der Erde aus der, aus der, von Satelliten gemessen oder was ist das? Es ist, äh, also die, die Satelliten messen, wie viel der Wärmestrahlung, äh, und das hier eben in verschiedenen, äh, Jahreszeiten und dann auch von den Tropen gemessen, das sind die verschiedenen Farben hier, ähm, und, äh, die, die, wie viel der Wärmestrahlung, die auf die Erde eingetragen wird, geht zurück ins Weltall. Ne? Das heißt, wenn nichts zurückgehen würde ins Weltall, in einem bestimmten Frequenzbereich, hätten wir hier den Wert Null. Ja, aber das, das kommt drauf an. Ich meine, du hast natürlich ab 100 Kilometer kein CO2 mehr, also wenn du von außen drauf schaust, hast du natürlich nie, das liegt daran, dass die vergessen, dass, äh, wenn ein, äh, wenn ein Infrarot-Photon absorbiert worden ist, dass es ja dann nicht weg ist. Es ist ja noch da. Und es wird dann auch, es wird dann, es ist, äh, was heißt, es ist da? Das ist die Frage. Ähm, wird es reimitiert oder geht es dann in das, in das thermische, äh, in das thermische, in das statistische Anforder? Also, wird es dann, es wird reimitiert oder nicht? Das ist die Frage. Und das hängt, das hängt davon ab, ich glaube, es ist teils, teils, ne? Also, wenn es dann, wenn es dann tatsächlich thermisch wärmewirksam wird, geht es ja die Wärmestrahlung ein und kann dann auch in, die Energiekette dann im Prinzip auch in anderen Frequenzbereichen abgestalten. Es wird ja, es wird ja in alle, es wird reimitiert, rethermalisiert und, äh, die, wenn es absorbiert worden ist von so einem CO2-Molekül in der Atmosphäre, dann wird es wieder reimitiert und das kann theoretisch dann auch wieder ins Weltall reimitiert werden, kann aber auch zurück zum Erdboden reimitiert werden. So, das heißt, es kann aber nicht 100% reimitiert werden, sonst gäbe es ja überhaupt keine Erwärmung, ja? Also, du kannst ja mit einem Mikrowellenherd, kannst du ja, kannst du ja erwärmen. Das heißt, es muss ein Teil der absorbierten Infrarotstrahlung, wird natürlich auch thermisch wirksam und geht damit sozusagen ins statistische Ensemble ein und kann damit auch in anderen Frequenzbereichen abgestrahlt werden, also was die Energie anbelangt, ja? Ja, aber es ist, also der Denkfehler, den man hat, wenn man von dieser 100%igen Sättigung redet, also, wenn man sagt, okay, ja, hier, CO2 ist nicht mehr so klimawirksam, wenn wir mehr davon eintragen in die Atmosphäre, ist der, dass wir, dass Leute davon ausgehen, also, wenn sie, wenn sie hiervon ausgehen, äh, äh, wenn sie hiervon, wenn sie hiervon ausgehen, ne, von dieser 100%igen Sättigung, gehen sie davon aus, dass, wenn, das, äh, äh, wenn das Infrarotmolekül, äh, das Infrarotphoton, ähm, absorbiert worden ist, dass es dann weg ist, aber es wird ja re-emitiert, beziehungsweise re-thermalisiert, und das heißt, selbst bei einer 200%igen Sättigung, würde es immer noch wärmer werden, wenn wir mehr CO2 in die Atmosphäre eintragen. Na, Moment, also, ich, ich, noch mal, ich, mir ist noch nicht ganz klar, was dieses eine Spektrum genau ist. Das eine ist der Transmissionskoeffizient, sozusagen von der Erde aus betrachtet, im Weltraum, und das andere ist praktisch das, das Spektrum der Wärmestrahlung vom Weltraum aus gesehen. Das sind ja zwei verschiedene Dinge, ne? Also der Transmissionskoeffizient wird schon null sein, wenn im Mittel des Spektrums, das heißt aber nicht, dass das Strahlungsspektrum dann null ist. Du hast ja ab 100 Kilometer in der Atmosphäre, hast du denn ja kein CO2 mehr? Das heißt, da hast du natürlich dann auch keine Abstrahlungsbarriere mehr, ne? Also, ja, ja, also, wir gehen mal davon aus, dass es irgendwo bei 5 Kilometer absorbiert wird, in 5 Kilometer Höhe oder so, äh, und dann kann es eben zur Erde zurück re-emitiert werden, oder in den, in den Wälder, ins Wälder zurück und so. Das heißt, mehr CO2 in der Atmosphäre hat auf, äh, hat, äh, hat eine höhere Klimawirkung. So kommt auch der IPCC auf diese 5 Grad Erwärmung, 2100, durch mehr CO2 in der Atmosphäre, durch mehr CO2-Eintrag in der Atmosphäre, weil erstens die Bandenbereiche nicht gesättigt sind und zweitens ja, dass, äh, die, 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 die Infrarot-Moleküle, die Infrarot-Photonen re-emitiert werden zurück zur Erde. Das heißt, mehr CO2-Eintrag gleich mehr Erwärmung. Also, das ist nicht linear, sondern das gibt eine gewisse Sättigung, aber diese Sättigung ist eben nicht 100%, wie, äh, Kollegen von dir das behaupten. Ja, gut, aber ich, ich, ich habe mir das nicht gesagt. Aber was, was, was ist eigentlich, was ist eigentlich, wenn wir diese 5 Grad unheimlich umgelegt brauchen? Aber dann, aber dann kurz, 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 kurz dazu noch, kurz dazu noch, weil der Grund, warum ich das rausgesucht habe, ist, weil du das in einem YouTube-Video von dir behauptet hast. Dann solltest du das vielleicht löschen, das Video. In einem YouTube-Video von dir hast du das behauptet, ich glaube, es ist schon ein Jahr alt oder so, dass da ja gar nichts mehr ins Weltall zurückgeht, wegen der Sättigung. Deswegen habe ich mir das rausgesucht, weil ich dieses Video gesehen habe. Dann solltest du das vielleicht löschen, weil dann ist das ja Fake News, ne? Moment, da habe ich, da geht es aber um die, ja, da geht es um die Transmissionskoeffizient, habe ich da, glaube ich, also nicht dieses Spektrum hier. Doch, doch, du redest genau darüber. Du, du redest genau über die, äh, über die, äh, Sättigung des CO2. Und dann sagst du, es macht ja keinen Unterschied, wenn mehr, mehr, mehr in die Atmosphäre eintragen, äh, an CO2. Also deswegen habe ich mir das überhaupt erst rausgesucht, ne? Weil du das dann in dem Video überhaupt hast, solltest das vielleicht löschen einfach. Ah, das muss ich mir, muss ich mir noch genau anrufen. ich schicke dir das, ich schicke dir das. Und so weit überzeugt mich noch nicht, ja? Und ich glaube, die Graphen, die ich auch gezeigt habe, war der, war der Transmissionskoeffizient und nicht dieses Spektrum, ähm, genau. Aber was ich noch, was ich noch fragen wollte, was ist eigentlich, wenn wir diese 5 Grad Erwärmung dringend brauchen, um die nächste Eiszeit zu verhindern? Naja, also die nächste Eiszeit würde ja nach den Milankovic-Zyklen so ungefähr in 10.000 Jahren ins Haus stehen, also dann brauchen wir die vielleicht, aber im Moment, äh, ist es halt wirklich ziemlich scheiße. Also wir brauchen derzeit keine, äh, präventiven Maßnahmen gegen eine Eiszeit, weil das halt noch 10.000 Jahre hin ist. Ja, aber es gibt gerade im letzten, im letzten Jahr sind ja mehrere Studien auch erschienen, die für Europa eine Vereisung voraussagen, gerade als Folge auch des, äh, des Standardmodells sozusagen der Klimaerwärmung. Ach so, du beziehst dich ja auf die dänische und die niederländische Studie zum, äh, zum Erliegen, äh, wo das Elmog-System zum Erliegen kommt. Was sagst du dazu? Ja, das ist gruselig, ne? Also wenn das Elmog-System zum Erliegen kommt, dann haben wir einen anderen Planeten als vorher. Ja, aber ich, also was mich an der Sache massiv stört, dass man uns jetzt zwei Extrem-Szenarien vorhält. Das eine ist eben diese Erwärmung um, was weiß ich, vier Grad oder so. Oder aber dann eben eine Eiszeit hier in Europa, ja, eine bis zu, minus 30 Grad Durchschnittstemperatur, ja. Das heißt, man sagt, es gibt jetzt zwei Extrem-Szenarien und dazwischen aber nichts. Ja, aber das eine Extrem- Ja gut, das ist ja einfach zu erklären. Ja, das ist ja einfach zu erklären, weil das eine Extrem-Szenario das andere bedingt. Also wir bauen gerade unsere Atmosphäre derartig um, dass das Auswirkungen hat auf die Meeresströmungen, ne? Und Auswirkungen hat auf den, auf sowohl den Salzgehalt des Meeres als auch auf die Temperatur des Meeres. Und was wiederum dazu führt, dass Meeresströmungen sich verändern. und das wiederum führt dann dazu, dass wir, wenn das LMOX-System zum Erliegen kommt, obwohl wir den Planeten aufgeheizt haben, dadurch, dass wir die Heizung dann kaputt gemacht haben des Planeten, es in Europa minus 30 Grad durchschnittlich kälter wird. Also das ist ja, das ist, das eine ist eine Folge des anderen. Das widerspricht sich nicht, sondern, ja, bei komplexes Klimasystem, das aus verschiedenen Komponenten besteht und verschiedenen Gippunkten. Die Argumentation ist mir schon klar. Aber, aber, wenn man mir hier für Europa sagt, in einem Szenario, das was wir bis vor zwei, drei Jahren auch immer unisono alle gesagt haben, es wird wärmer, zwei, drei, vier Grad, wie auch immer, und jetzt kommen die neuen Szenarien um die Ecke und man sagt, es wird aber möglicherweise minus 30 Grad kälter, dann stelle ich mir folgende Frage, wenn man Extremszenarien hat, ist es in der Regel so, dass die unwahrscheinlich sind, beziehungsweise das, was zwischen diesen Extremen ist, eigentlich viel wahrscheinlicher als das, was man im Extrem voraussagt. Und dass jetzt hier wir in einer Situation sind, dass entweder es wärmer wird, zwei, drei, vier Grad, oder aber minus 30 Grad kälter wird und dazwischen, diese Szenarien, die gibt es alle gar nicht, doch, klar gibt es die Szenarien dazwischen, so kann ich dir zeigen. Hier, da, hier haben wir zum Beispiel beim SSP 1 bis 1,9 Szenario haben wir eine Erwärmung, die unter 1,5 Grad liegt. Das sind jetzt aber, okay. Aber warum kommt man dann uns immer mit diesen Extremszenarien? Ja, weil die Extremszenarien, ja, weil wir extrem sind, weil wir extrem handeln als Menschen und weil wir extrem viel Treibhausgase in die Atmosphäre eintragen und weil wir die Umwelt kaputt machen, unsere Atmosphäre umbauen. Und das ist extrem. Also das gab es in der Erdgeschichte noch nicht, dass das passiert ist, dass eine Spezies, die auf diesem Planeten lebt, die Atmosphäre umbaut. Und deswegen sind wir auf diesem SSP, sind wir auf dem RCP 8,5 Grad beziehungsweise hier SSP 5, 8,5 Grad Fahrt, 8,5 Fahrt, 8,5 deswegen, weil 8,5 mehr Watt Energie pro Quadratmeter Erdfläche zur Erklärung. Und da sind wir drauf unterwegs beziehungsweise sind sogar drüber, also wir sind sogar schlimmer als das Worst-Case-Szenario, was der RBCC ausgerechnet hat im Moment. Und das, bedeutet, dass wir sind halt extrem in unserem Handeln, in unserer kapitalistischen Ausbeutungslogik und deswegen sind wir auf diesem Pfad unterwegs. Und deswegen kommt es zu der extremen Erwärmung. Wir haben ja jetzt 1,5 Grad schon gerissen, wir haben ja jetzt schon über 1,5 Grad Erderwärmung und obwohl das ja eigentlich hier noch als Szenario drinsteht, was man verhindern könnte. Und das heißt, dadurch, dass wir extrem handeln, kommt es zu extremen Phänomenen auf dem Planeten. Unter anderem eben dazu, dass wenn wir die Erde zu stark erwärmen und damit bestimmte Effekte auf die Meeresströmungen ausgelöst werden, wir das AMOX-System, was die Heizung unseres Planeten darstellt, verlieren könnten, was dazu führt, dass auf der Nordhalbkugel sehr viel kälter wird und auf der Südhalbkugel wärmer. Ja, das ist mir schon im Prinzip klar, aber man kann mir nicht zwei Extremszenarien gleichzeitig vorhalten und sagen, die sind jetzt beide realistisch, aber das, was zwischen diesen Extremszenarien ist, ist nicht realistisch. Doch. Das kann man mir nicht erzählen. Es ist halt nicht realistisch mit, hier sieht man das ja, ein bisschen hochscrollen, hier, so, hier sieht man das ja, das ist das, wo wir sind, Implemented Policies, hier sind wir unterwegs, wir haben, wenn wir die Policies, also die politischen Maßnahmen ergreifen würden, hätten wir der IPCC-Bericht sozusagen vorgibt, hätten wir eine Chance von ungefähr 67%, wenn wir zum Beispiel diese Maßnahmen ergreifen, von ungefähr 67% unter 2 Grad zu bleiben, oder wenn wir hier ganz extreme Maßnahmen ergreifen, haben wir eine Chance von 50%, 1,5 Grad einzuhalten, da muss man dann halt auch diese Overshoot-Szenarien berechnen, wo man dann sagt, okay, wir gehen drüber über die 1,5 Grad, brauchen dann aber riesige CO2-Senken, was das CO2 wieder aus der Atmosphäre zieht, und dann gehen wir wieder drunter. Du hast jetzt praktisch die Maßnahmen eingepreist, ne? Ja, das ist das, was die Klimawissenschaft macht, Moment, aber das ist ja nicht mein Argument, mein Argument war folgendes, diese beiden Szenarien, die ich ja gesagt habe, dieses mit dieser Abkühlung von minus 30 Grad und dieser Erwärmung, was weiß ich, 4, 5 Grad und so weiter, das sind beides, das sind zwei Extremszenarien, die ja Prognosen machen, ohne irgendwelche Maßnahmen, die sagen, so kann es kommen oder so kann es kommen. Das 5 Grad Erwärmungsszenario ist die Modellierung mit den derzeitig implementierten Maßnahmen. Also wenn wir so, wie wir jetzt handeln, weitermachen, global gesehen, dann werden wir da landen. Also das ist ja die Ungenauigkeit in der Klimawissenschaft ist ja, dass menschliches Verhalten nicht vorhersehbar ist. Also wir könnten, deswegen gibt es die verschiedenen Szenarien, so gäbe es jetzt keine Menschen auf dem Planeten, dann könnte man extrem präzise vorherrechnen, wo wir landen werden. Aber da Menschen ja Maßnahmen ergreifen können, mehr oder weniger emittieren können, senken schaffen können und so weiter und alle möglichen politischen Maßnahmen ergreifen können, gibt es die verschiedenen Szenarien, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt so und so handeln, wenn wir jetzt richtig drastische Maßnahmen ergreifen, dann kommen wir vielleicht hier raus, wenn wir gar nichts tun, kommen wir hier raus und dann gibt es alles Mögliche dazwischen noch. Ja, aber mein Argument ist folgendes, ich rede ja jetzt gar nicht von Maßnahmen, sondern ich sage, man macht zwei Szenarien, das eine ist irgendwie 5 Grad und das andere ist aber minus 30 Grad, die man uns beide als realistische Szenarien präsentiert, medial, ja, darum geht es ja letztlich auch, wenn man Politik macht und Szenarien dazwischen und das sind beide Szenarien, die jetzt nicht irgendwelche Maßnahmen einpreisen. Doch, doch, die preisen Maßnahmen ein. Ja, also, dann nimm das Extremszenarien, dass man sozusagen nichts weitermacht. Also, dass wir das machen, was wir derzeitig machen, mit den derzeitigen Reduktionsfaden auch. Okay, dann ist das für beide sozusagen, nehmen wir das für beide gleich an, ja. Und das Szenario dazwischen für uns, wo wir sagen, es gibt überhaupt keine Erwärmung oder diese Effekte gleichen sich aus, ja, das soll dann unwahrscheinlich, das soll gar nicht vorkommen können. Ja, aber dass die Effekte sich ausgleichen, da gibt es ja keinen Grund, das anzunehmen, weil das eine ist das globale Klima und das andere ist das Elmox-System. Als Kipppunkt, als Teilsystem des globalen Klimasystems. Und wenn das globale Klimasystem kippt, dann kippt irgendwann auch das Elmox-System als Folge davon. Das sind ja keine zwei Modelle, die gegeneinander stehen. Die einen behaupten minus 30 und die anderen behaupten plus 5. Sondern die, es gibt die Klimawissenschaft, die sagt, wir sind auf einem, wir sind auf einem Erwärmungspfad, der sieht so und so aus. Und dann gibt es rum wieder andere Leute, die beschäftigen sich mit Beeresströmung und die sagen, okay, diese Erwärmungspfade und diese Effekte, die wir jetzt derzeit schon beobachten, in den Meeren, führen zu einer Verlangsamung des Elmox-Systems, die wir jetzt schon messen und beobachten können und führt dazu, dass das Elmox-System bis 2100 irgendwann zusammenbrechen wird. Und wir dann Stück für Stück in Europa mit einer Temperaturabsenkung, Durchschnittstemperaturabsenkung von minus 30 Grad rechnen. Müssen. Ja. So, also das sind ja keine, das ist ja nicht, die einen sagen plus 5 und die anderen sagen minus 30, sondern das sind ja zwei Dinge, die einander bedingen und wo... das ist mir schon auch klar, das bezweifle ich ja gar nicht. Ich sehe es halt nur so, dass man mir jetzt einerseits sagt, also bis vor zwei Jahren, ich meine, diese Studien sind jetzt relativ neu, dass die sozusagen auch in den Medien... Ja, aber das Problem mit dem Elmox ist schon lange bekannt. Da gab es in den 70ern gab es da schon Überlegungen zu. Ja, aber es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht unkritisiert, also es ist nicht... Es ist nicht, also es ist noch nie so präzise erforscht worden wie jetzt. Ja. Also man kann mir nicht, also das ist halt das Problem, was ich damit habe, dass man mir zwei Szenarien vorhält, die mit realistischer Wahrscheinlichkeit versieht und dann aber sagt, die Szenarien dazwischen... das stimmt ja nicht. Also es ist ja Quatsch, was du erzählst, weil also erstens, selbst in der Wissenschaft gibt es die Szenarien dazwischen, hier siehst du sie. Zweitens, was man dir verkauft oder was man uns verkauft in der Politik und von seitens der Industrie, von Seiten des Journalismus auch, ist ja, dass es schon irgendwie gut werden wird, dass wir ja schon irgendwo dazwischen rauskommen werden. Es wird weder bei 5 Grad irgendwo werden, und noch wird dieses Minus 30 Grad passieren. Sondern, weil letztens erst hier auf dem Stream habe ich ein Video geguckt von Quarks, wo die halt auch da gesessen sind und dann gesagt haben, ja, es ist zwar irgendwie scary, aber es wird schon irgendwie dazwischen rauskommen. Das ist ja das, was einem verkauft wird. Die da oben werden das schon irgendwie lösen. Die kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben zwar hier irgendwie so Klimawissenschaftler, die irgendwie sowas vorhersagen und so Messungen haben und so, aber wir sind ja klug. Wir haben ja kluge Politiker und die werden das schon irgendwie lösen. Die haben das ja auf dem Schirm. Die werden ja nicht untätig sein und uns irgendwie in einem Minus 30 Grad durchschnittlich kälteres Europa führen. Das werden die ja nicht machen, sondern die sind ja schlau. Christian Lindner ist ja schlau. Der wird ja schon die richtigen Maßnahmen implementieren. Das ist ja das, was uns verkauft wird. Nicht die Realität, nicht die Messung, nicht das, was hier in der größten Metastudie der Menschheitsgeschichte drin steht. Das wird uns ja gar nicht verkauft. Und du bist ja Teil des Narratives, was ich ja eben schon gesagt habe, was ja Mainstream ist. Du bist ja Teil des Klimaleugner-Narratives. Also wir haben drei Klimaleugner-Parteien in der Bundesregierung. Die Grünen, die SPD und die FDP. Die leugnen alle drei alles das, was ich dir heute gezeigt habe. Die sagen, das gibt es nicht. Die sagen, es wird schon irgendwie klappen. Wir sind ja auf dem Weg. Robert Habeck hat sich erst vor zwei Wochen hingesetzt und hat gesagt, Deutschland erfüllt all seine Klimaziele. Wohl wissend, dass die Klimaziele nur erfüllt worden sind, weil die Wirtschaft letztes Jahr so hart gelahmt hat. Das ist der einzige Grund, warum die Klimaziele erfüllt worden sind. Und wohl wissend, Robert Habeck, wohl wissend, dass er die Klimaziele viel zu niedrig gesteckt hat. So beides weiß er. Und er lügt uns an. Und er sagt, wir schaffen das. So, das ist ja das, was uns verkauft wird. Und das ist die Lüge. Das stimmt nicht. Und ihr Skeptiker, ihr spielt so um Robert Habeck, ihr spielt einem Olaf Scholz und ihr spielt einem Christian Lindner genau in die Karten. Die haben überhaupt kein Problem mit euch. Die freuen sich, dass euch die fucking FDP hat eine Studie in Auftrag gegeben, um die Wirkung vor einem Tempolimit in Deutschland zu widerlegen, die von Klimaskeptikern durchgeführt worden ist, vom EIKE-Institut. Wir haben Klimaleugner in der Regierung sitzen. Deine Meinung ist Regierungsmeinung. Du brauchst nicht denken, dass du derjenige bist, der hier sitzt und irgendwie das Geheimwissen hat, was irgendwie... Nein, Geheimwissen habe ich nicht. Du vertrittst die Mainstream-Meinung, was das angeht. Nee, nee, nee. Die Verharmlosung, dieses Herabspielen, das Skeptischsein, dieser Glaube, dass es schon irgendwo in der Mitte rauskommen wird und so, das ist genau das, was überall im Mainstream vertreten wird. Die Leute, die die Daten so drastisch kommunizieren, wie sie eben sind, sind ja drastische Daten, drastische Messungen, drastische Projektionen, die werden... Also so ein Rahmsdorfer zum Beispiel oder ein Professor Schellenhuber oder andere wirklich große, namenhafte Klimaforscher, die kommen nirgendwo zu Wort. Aber das stimmt doch nicht. Die sind doch merend medial präsent. Also Rahmsdorfer hat eine Kolumne im Spiegel online irgendwo in irgendeiner Ecke. So, wenn du guckst, wer sitzt denn... Aber EIKA hat keine Kolumne bei Spiegel online. Ja, weil EIKA auch ein Schwubbelinstitut ist. Aber die haben... Guck mal, die machen einen Drahtseiltanz. Die wollen, die können nicht, sozusagen... Sie würden gerne in die komplette Leugnung reingehen, können sie aber nicht, weil mittlerweile ist es eben Mainstream-Meinung, dass es irgendwie so... Klimawandel gibt es schon irgendwie. Das heißt, sie versuchen, nicht zu sagen, das gibt es nicht, sondern sie versuchen, erstens so zu tun, als würden sie was tun dagegen und zweitens so zu tun, als wäre es gar nicht so schlimm. So, als wäre es überhaupt gar nicht so ein großes Problem. Es kam der sechste Sachstandsbericht des IPCC raus, der wohl literally einfach nur drinsteht, wir sind gefickt, wir sind am Arsch. Das war noch nicht mal eine Nachricht in der Tagesschau. Also da steht halt drinnen, die Menschheit könnte enden, könnte mit uns vorbeigehen, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt... Und das ist keine Nachricht in der Tagesschau wert. Das ist das, dass die Extremszenarien möglichst nirgendwo erwähnt werden, weil die Extremszenarien sind schlecht. Sind schlecht für Politiker, sind schlecht für fossile Konzernen. Die Extremszenarien sind doch immer unwahrscheinlich, also in meinen Augen, ja. Also wenn du... Das Extremste, was du dir ausdenken kannst, ist in der Regel... Tritt in der Regel nicht ein. Das ist ja im normalen Leben. Ja, wenn du jetzt davon ausgehst, so, keine Ahnung, ich könnte jetzt voll mega erfolgreich sein, mir alles gelingt mir und ich werde immer im Lotto gewinnen und werde immer die perfekte Frau finden und alles super, alles super geil und so. Oder ich habe mein ganzes Leben lang nur Pech und werde tausend Krankheiten haben und werde nur leiden und so. Natürlich wird es irgendwo in der Mitte sein. Es wird weder das eine Extrem noch das andere Extrem sein. So, aber hier... Hier reden wir ja über scheiß Messungen. So, und Messungen sind halt gnadenlos. Die sind halt so, wie sie sind. Das sind Tatsachen. Ja, wie gesagt, Messungen da... Ich habe mich nicht sehr intensiv mit den Messungen beschäftigt, aber das machen andere Skeptiker besser als ich. Aber es wird halt auch einfach viel Bullshit auch erzählt, was das Klima anbelangt. Also Panik mache, die ich für völlig unangemessen halte. Also in den Nullerjahren hat der Chefwissenschaftler... Siehst du irgendwen Panik? Hat irgendwer Panik? Siehst du irgendwen, der Panik hat? In den Nullerjahren hat der Chefwissenschaftler der britischen Regierung gesagt, Ende des Jahrhunderts wird möglicherweise die Antarktis der einzig kapitale Kontinent auf der Erde sein. Das ist natürlich Bullshit. Das ist Bullshit. Dann schaue ich in mein Klimatologie-Lehrbuch rein, da steht drin, Standardmodell, für die Antarktis wird eine Zunahme der Eismenge erwartet durch den Klimawandel. Nein, das stimmt nicht. Es steht da drin, sorry. Die Antarktis, ich habe dir die Messdaten ja eben gezeigt, die Antarktis ist komplett am wegschmelzen. Also da ist nichts mit Zunahme. Man muss unterscheiden zwischen dem... Das Buch ist auch 2014 erschienen, das war vor der Trend. Ja, aber beruf dich doch nicht auf ein Buch. Guck dir doch an, die gute Metastudie an, du weißt, du bist doch Wissenschaftler. Da beruft man sich doch nicht auf ein Buch. Trotzdem, schau, wir hatten bis 2020 hat die Polarais auch Grönland erst abgenommen. Und das Grönlandais hat in einer Geschwindigkeit abgenommen vor 2020, sodass das Abschmelzen von Grönland 10.000 Jahre gedauert hätte. Das heißt, dass die Antarktis bis Ende des Jahrhunderts abgeschmolzen ist, das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Ja, zu Grönland habe ich hier auch Messdaten. Sieht man hier respektivisch, wie die Erwärmung im derzeitigen RCP 8,5 Szenario sein wird bis 2100. Also das Rot ist das Szenario und das Blau sind die Messungen, oder wie? Genau, wir sind jetzt, das stand jetzt, 2018 bei 1,45 Grad Erwärmung und es geht halt jetzt exponentiell nach oben und das hier ist das RCP 4,5 Szenario. Da wird Grönland ungefähr bei einer Erwärmung 2100 bei 3,67 Grad rauskommen und bei dem derzeitigen Kurs, den wir weltweit haben, eben bei 7,37 Grad. Ja gut, aber das sind jetzt halt, also das Blaue ist halt die Imperie, das Rote sind die Szenarien. Genau. Was soll ich jetzt so sagen? Ja, auf jeden Fall wird Grön, wird für die Antarktis nicht bis 2100 abgeschmolzen sein, das ist Bullshit. wahrscheinlich schon früher. Also das ist das, was die Antarktis? Ja, was die Antarktis? Ja. Du musst sie ja mal langsam anfangen abzuschmissen. Ja, tut sie ja, habe ich da eben gezeigt. Guck mal hier. Naja, man muss unterscheiden zwischen dem arktischen Eis und der Antarktis, das ist ja nicht das gleiche. Ähm, Sea-Eis-Extend und dann gucken wir. Ja, Sea-Eis, das ist aber nicht das arktische, das ist nicht die, ich meine nicht das Landeis der Antarktis, das meine ich. Ja, also hier. Sea-Eis ist natürlich viel volatiler, das ist klar. aber wenn das, wenn das Sea-Eis weg ist und das ist ja dann auch in den Studien ganz klar ist, dann wird sich die Antarktis eben exponentiell aufheizen, weil du kennst ja den Albedo-Effekt, also wenn das Sea-Eis weg ist, dann haben wir da eine höhere Absorption von Wärme im dunklen Wasser, was dann dazu führt, dass die Erwärmung der Antarktis exponentiell zunehmen wird und das wiederum, wenn das Sea-Eis dann weg ist, führt dazu, dass dann auch das Landeis schmilzt, was der jetzt auch schon tut, aber noch nicht so schnell wie das Sea-Eis. Also das ist eben auch so ein Kipppunkt. Bitte? Also du sagst, bis 2100 ist das weg. Ich weiß, ich habe ja keine Glaskugel und ich weiß auch nicht, welche Maßnahmen ergriffen werden von den Machthabern und so. Keine Ahnung, was wir als Menschen tun werden, aber es gibt zumindest Studien, die sagen, dass wenn wir auf dem derzeitigen Kurs bleiben, dass die Antarktis dann 2100 eisfrei sein wird, wenn wir nichts tun und mit einer so und so hohen Wahrscheinlichkeit. Also das wird ja dann nie gesagt, das ist so, sondern das ist dann immer so Wahrscheinlichkeitskorridore, wenn es in die Zukunft projiziert wird. Ja, das halte ich für extrem unrealistisch. Also das müsste ich ja langsam mal anfangen. Ja, siehst du auch hier, das anfängt. Also wie gesagt, das ist sozusagen, das ist sozusagen, das ist das See-Eis. Ja, aber das See-Eis, das See-Eis ist sozusagen die Burgmauer und wenn die Burgmauer weg ist, dann, ne, so dann haben wir, dann haben wir, dann wird die Wärme absolviert vom dunklen Meer und dann schmilzt das Landeis schneller noch. Ja. Also zumindest in den Nullerjahren ist das gewesen, ja. Und da habe ich einfach den krassen Widerspruch zu dem gesehen, was in meinem Klimatologie-Wehrbuch stand und das ist nach dem zu urteilen einfach Bullshit gewesen, was der gesagt hat. Und außerdem, dass die restlichen, also wenn es zu einer Erwärmung auf der Erde kommt, dann trifft es vor allem die Polarregionen. Wir haben ja, wie gesagt, die mittlere Temperatur auf der Erde war schon zehn Grad höher als jetzt. Wir sind im Grunde genommen klimahistorisch in sehr kalten Zeiten und in auch sehr CO2-armen Zeiten, ja, wenn man sich das die letzten 500 Millionen Jahre anschaut, also beispielsweise war in der Kreidezeit die mittlere Temperatur, glaube ich, so bei 24 Grad sowas, ja, weil wir da eben keine vereisten Pole gehabt haben und es war kein, also das Leben hat geblüht in dieser Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass selbst, dass diese Erwärmung dazu führt, dass das Leben auf der Erde bedroht ist, Jahr. Doch, also wir haben, wir leben derzeit im sechsten großen Massensterben, also das ist ja das andere Problem, was wir noch haben neben der Klimakrise, dass eben auch uns die Nahrungsnetze zusammenbrechen und das hat auch unter anderem auch was mit der Klimakrise zu tun und die, also ja, Leben geht irgendwie immer weiter, aber es ist erdgeschichtlich noch nie passiert, dass eine Spezies innerhalb vom kürzesten Zeitraum die komplette Atmosphäre umgebaut hat und gleichzeitig den Planeten mit einer Zivilisation von über 8 Milliarden Menschen bevölkert hat, die sesshaft sind. Das gab es noch nie. Das heißt, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon laut einer Studie, die in Nature veröffentlicht worden ist, 9% der Weltbevölkerung, die durch Klimaeffekte außerhalb der Lebens, der, der Lebensnische leben, also die müssen da weg, die fliehen. 9% der Weltbevölkerung sind ungefähr 900, 700 Millionen Menschen ungefähr, die jetzt schon quasi von der Klimakrise direkt in ihrer Nische, wo sie leben, keine Bedingungen mehr haben, wo man gut leben kann. perspektivisch bis 2100 in der Studie, perspektivisch bis 2100 in der Studie nach dem RCP 8,5 Grad Fahrt werden es bis zu 40% der Weltbevölkerung sein, die nicht mehr in der Lebens, in der Lebensnische leben werden. Das heißt, wir werden natürlich riesige Fluchtbewegungen bekommen und wir werden riesige Ressourcenkämpfe bekommen, weil die, wir haben ja jetzt schon Klimakriege, zum Beispiel in Afrika gibt es Klimakriege, wo halt einfach riesige Landstriche nicht mehr landwirtschaftlich bewirtet werden können. Das heißt, die töten einander da um die restlichen verbliebenen Anbauflächen und das wird halt drastisch zunehmen und irgendwann wird es dann eben auch die Industrienationen erreichen und wenn wir dann hier einfach, also Dr. Mark Bennecke zum Beispiel gesagt, die einzige Ressource, die wirklich was zählt auf diesem Planeten, die einzige Währung, die was zählt, sind Kilokalorien und wenn wir unsere Anbauflächen verlieren und wir irgendwann nicht mehr genug Platz haben, um genug Lebensmittel anzubauen, um die hochgerüsteten Industrieländer zu versorgen, dann wird es irgendwann zu, also wir sehen das ja jetzt schon, überall die Kriege nehmen zu, es werden immer mehr Kriege, zum Beispiel der Syrienkrieg war ein Klimakrieg, also in Syrien gab es eine fünf Jahre dauernde Dürre, was zu dem Krieg geführt hat, das heißt, diese Kriege werden immer weiter zunehmen und das potenziell Menschheitsbeendende an den Klimaszenarien ist nicht die Klimakrise selber, sondern, dass man davon ausgeht, dass Menschen, wenn sie in Gebieten leben, wo sie nicht mehr gut leben können, wo sie nicht mehr genug zu essen bekommen, wo sie eventuell an der Hitze sterben im Sommer, dass sie sich nicht einfach hinlegen und sterben, sondern, dass Menschen kämpfen werden um die Lebensräume, um die Ressourcen und wenn es die hochgerüsteten, nuklear bewaffneten Industriestaaten dann erreicht, dass wir dann uns sozusagen nuklear selbst beenden werden. So, also allein durch den Klimawandel könnte es natürlich möglich sein, dass dann irgendwie in 100 Jahren noch irgendwie 500 Millionen Menschen auf dem Planeten ganz gut leben können und so. ist aber diese Argumentation, die du gerade anfühst, nicht auch sehr gefährlich, denn ich sehe das große Problem, dass das Klima, also ich meine, zu sagen, Krieg X ist ein Klimakrieg, ist zunächst mal eine Interpretation und immer auch, wie soll ich sagen, mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich immer auch Kriege multikausale Ursachen haben. Also auch jetzt in Syrien Krieg als Klimakrieg zu deklarieren, ist natürlich ausgelöst worden durch eine fünfjährige Dürren. Ja, aber das ist auch monokausal und es ist wirklich, wenn du andere Experten, die mehr auf die politischen, sozialen oder geopolitischen Sachen schauen, die werden die ganz Ja, es gibt natürlich auch andere Faktoren, klar, das ist nicht der einzige Faktor. Und die große Gefahr ist, dass man, dass praktisch die Klimakrise so eine Art Universaljoker ist für die Politik, sich rauszureden nach dem Motto, ja, das ist halt dieses galaktisch-globale Problem, da können wir nichts machen, ist das Klima und so weiter. Und die anderen Faktoren, die möglicherweise beispielsweise bei der Verursachung von Migration auch eine Rolle spielen könnten, die werden dann da außen vor gelassen, wo man aber vielleicht sehr viel konkreter auch politische Verantwortlichkeiten benennen könnte. Was weiß ich, dass westliche Konzerne landwirtschaftliche Fläche in Afrika aufkaufen oder sowas. Ja, es gibt ja auch andere Faktoren. Naja, klar, also ich will nicht sagen, dass das Kriege immer monokausal sind, aber der Syrien-Krieg jetzt zum Beispiel ist ja relativ, also klar, gibt es da auch noch andere Faktoren, also die da vorhanden, ist sowieso angespannte politische Lage und so weiter und so fort, aber im klaren Dürre, es gab politische Konflikte zwischen Russland und den USA, die da natürlich aber trotzdem, also das ist ja, das ist ja, ist ja einfach nur logisch, das anzunehmen, dass wenn, also es ist immer passiert in der Menschheitsgeschichte, wenn Ressourcen knapper geworden sind und dass es dann, dass es dann Kämpfe gegeben hat. Also es wäre halt irgendwie naiv anzunehmen, dass wenn wir, wenn wir riesige Anbauflächen verlieren, wenn wir riesige Lebensräume verlieren, wenn wir 40 Prozent der derzeitigen Weltbevölkerung migrieren müssen, weil die nicht mehr in einem lebbaren Gebiet wohnen, dann anzunehmen, dass das nicht zu Kriegen führt, wäre sehr naiv. Und wo gehen genau diese Anbauflächen verloren? Deine Information? Ja, also auch bei uns in Europa, aber hauptsächlich eben im globalen Süden. Also in Frankreich zum Beispiel, in Frankreich zum Beispiel, in Südfrankreich gibt es riesige Landstriche mit Geisterdörfern. Also da fährt man durch, da wohnt keiner mehr. Ist das Landflucht oder was? Nee, das ist die Klimakrise, weil es da im Sommer Gebiete gibt, die in einer gewissen Klimanische sind, wo man im Sommer nicht mehr leben kann und wo auch nichts mehr wächst, also wo man nichts mehr anbauen kann, wo es auch kein Wasser mehr gibt. Da fährt man durch Frankreich, du kannst Kilometer weit fahren und es sind nur verlassene Geisterdörfer da. Die sind verlassen worden wegen zu vielen Hitzewellen in Folge, wegen Wassermangel, weil die Leute da nicht mehr leben konnten. Das gibt es in Europa schon. Wir haben über 100.000 Hitzetote, die attributiert werden können auf die Klimakrise. Jedes Jahr in Europa 100.000 Menschen sterben einfach. laut einem Artikel, der in der Science veröffentlicht worden ist. Ja, ist natürlich immer, also, es sind am Ende des Tages immer Interpretationen, die man, und Zuschreibungen, die man macht. Ja, es ist nie, du weißt das ja als Wissenschaftler, dass das alles nie dogmatisch 100% richtig ist, aber auch die Wahrscheinlichkeitskorridore und auch die Messungenauigkeit mit einberechnet, ist es trotzdem fucking scary, ne? Ja. Gut, also, ich habe meine skeptischen Standpunkte vorgetragen, die sind halt vor allem theoretischer Art. Ich bin der Meinung, dass also dieses Narrativ auch eine sehr große Gefahr darstellt. Es kann zum Guten und zum Schlechten benutzt werden, ja. So wie jedes Narrativ. also, wie gesagt, es kann auch, es kann auch, das große Problem ist, wenn du was fürs Klima machst, in Anführungszeichen, das ist praktisch etwas, was sich nicht wirklich validieren lässt, ja, oder verifizieren lässt, ja. Also, da kommt, weißt du, wenn du sagst, du machst was jetzt für die, für die Geringverdiener, ja, dann können die Geringverdiener aufstehen und sagen, hey, das, was ihr macht, ist Mist, das hilft uns nichts, ja. Aber das Klima kommt nicht und sagt das, ja, sondern das sind immer sozusagen, ist eine, eine, ein Apparat von Interpretationen, der dann da angeworfen wird. Ja, das ist das große Problem, dass es sehr abstrakt ist, Ja. Und das, und das führt dazu, dass man, dass man dieses Argument Klima, wie gesagt, als Universaljoker in der Politik benutzen kann. Ja. Und da sehe ich schon eine Gefahr. Ja, da stimme ich dir zu, absolut. Also man kann, man kann das, man kann das als Rechtfertigung nutzen für sehr schlimme Dinge. Man kann es aber auch, ne, und man kann es auch missinterpretieren oder missbrauchen, so wie jede, wie jede Entwicklung, man, die, so oder so, und die Rechten, also Rechtsextremen und so weiter sind ja dabei, genau das zu tun. Also die laufen die ganze Zeit rum und erzählen, erzählen da Verschwörungserzählungen darüber und so weiter und tun so, als würde irgendwie Robert Habeck uns die Heizung aus dem Keller reißen wollen und so weiter und machen alle möglichen wilden Szenarien auf und versuchen den Menschen Angst zu machen, damit sie anfangen Faschisten zu wählen. Und ja, das ist gefährlich, ne, klar. und es kann eben auch gefährlich sein, wenn man, es kann auch gefährlich sein, ne, wenn man dann hingeht und sagt irgendwie, ja, wir haben jetzt die Klimakrise und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch Leute, die jetzt sagen, ah, wir haben dann deswegen jetzt eine Überbevölkerung und wir müssen jetzt erstmal so und so viele Menschen töten oder so. Habe ich jetzt erst einen Artikel gelesen in der New York Times, dass es einen, dass es einen Yale-Professor gibt, der irgendwie vorgeschlagen hat, die alten Menschen in Japan alle abzuschlachten. Und dann kann das halt so Auswüchse haben, wo man halt denkt, mein lieber Scholli, ist das bescheuert. Ja, und was halt auch, was ich halt auch irgendwie problematisch finde, ist zu sagen, ja, wir kriegen jetzt keine Kinder mehr, weil wegen Klimakrise. Also das, ja, ich habe ein Kind. Da sage ich dem, ja, da kommt mir auch vor, okay, das ist jetzt auch mal wieder eine, das ist für mich auch eine Form von Menschenfeindlichkeit, die ich dann auch problematisch finde. Ja, es ist letzten Endes Selbstmord, aus Angst vor dem Tod, dass man sagt, okay, wir kriegen jetzt keine, wir kriegen jetzt keine Kinder mehr, weil, äh, sonst sterben wir. Und so, ja, gut. Ungefähr, ja, ja, also das ist, das ist, es gibt aber auf der anderen Seite auch Argumente, und zwar aus, wenn man es individuell betrachtet, ne, also wenn man es vom Individuum her betrachtet und nicht von der Gesellschaft her betrachtet, dann kann man natürlich sagen, ein Kind in diese Welt zu setzen, ein Kind, das, das ja nicht entschieden hat, dem auszusetzen, ist schon, also das, das ist schon was, was man wohl überlegen muss, ne, wo man sagen muss, okay, aus individueller Sicht vom Kind aus gedacht, man sagt, möchte ich das dem Kind zumuten? Und es gibt ja jetzt schon Kinder, die ihre Eltern verklagen, weil sie sie in diese Welt gesetzt haben. Ja, aber das finde ich keine gute gesellschaftliche Entwicklung, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist ein Argument, ne? Also, also, aber, also für mich geht da das Denken in eine wirklich sehr falsche Richtung. Also, das ist so ein bisschen, ja, ähm, weiß nicht, also das, ja, ich bin auch nicht, kein Fan vom Antinatalismus, ne? Definitiv nicht. Also, weil es so ein bisschen, also ich meine, wenn man so argumentiert, dann kann man sich fragen, ja, warum lebt man selber überhaupt noch so ungefähr, ne? Also, man selbst spricht sich ja das Leben recht zu. Die beste Klimaschutzmaßnahme ist Selbstmord, ne? Wenn wir uns als Menschen einfach alle bänden, dann haben wir Klimakrise gelöst. Ja, das ist auch eine Quatsch-Argumentation. Ja, klar, stimme ich dir zu. Ja. Ja. Gut, Naatan, ich weiß nicht, also ich bin, wir haben jetzt gut zwei Stunden argumentiert und diskutiert. Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir ins Gespräch gekommen sind, wenn wir auch nicht unbedingt eine Einigung gefunden haben. Aber ich finde, es war eine Diskussion, äh, wie soll ich sagen, es war keine Bullshit-Diskussion, es war eine offene Diskussion. Und dafür bin ich dir auf jeden Fall sehr dankbar. Ja. Das ist jetzt auch, ich muss dazu sagen, es ist auf meinem Kanal auch nicht das Hauptthema, ja. Es gibt ein paar Videos, ich meine, ich habe 800 Videos, glaube ich, auf meinem Kanal, das sind vielleicht maximal zehn zum Thema Klima, das ist jetzt auch nicht viel, ne? Ja, du bist ja hauptsächlich so ein Wurkismus-Forscher, ne? Ja, jetzt in letzter Zeit, nein, 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 ich bin sehr breit aufgestellt. Also jetzt in letzter Zeit habe ich, ich habe mich ein bisschen mit Wurkismus, beziehungsweise, wie gesagt, den Begriff mag ich ja nicht, ich verwende den Begriff Vulgär-Sozialismus und den kläre ich auch in meinem, ich meine, im Manifest der radikalen Mitte gibt es ein Glossar, wo das auch wirklich erklärt ist, was ich darunter verstehe. Das heißt, es ist, es ist wirklich auch ein, ich will da bestimmte, wie ich finde, nicht positive Entwicklung in der politischen Linie in den letzten 15 bis 20 Jahren charakterisieren. Ja, darum geht es mir. Ja, und Wurkismus ist ein blöder Begriff, weil er sowieso jede Neutralität verlieren lässt, egal wer ihn benutzt. Also, und deswegen mag ich den nicht. Ich auch nicht. Deswegen spreche ich von Vulgär-Sozialismus. Ja, wirklich interessierend, also, ich fand das Gespräch auch gut und wenn du über das Thema nochmal wiederkommen willst, dann können wir das machen. Dann können wir auch mal. Okay, genau. Ich bin ja, ich bin ja Wurkismus-Forscher, ich will da auch mal mehr wissen. Okay, ja, also ich habe jetzt erst vor zwei Wochen ein Video, die zehn Übel des Wurkismus, genau, der Wurkness. Da habe ich jetzt mal ganz kurz meine Kritik zusammengefasst. Das sind zehn Punkte, zehn Kritikpunkte. Das könnte man dann auch so als Einstieg nehmen. Und, würde ich mir auf jeden Fall dann angucken, wenn du wiederkommst und wir darüber reden vorher. Ja, Ja, aber ich hoffe, dass ich erst mit dem Stefan das Gespräch mache. Da haben wir uns auch das Thema schon vorgenommen. Ah, alles klar. Gut. Ja, dann danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Mach's gut. Ja, okay. Ja, dann bis dann. Jo, bis dann. Ciao. Hau rein. Ciao. 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 Ciao.